So, Chat, dann lasst uns wieder anfangen. Silent Hill 2. Wir stellen uns immer noch die Frage, ob es Silent Hills wirklich gibt. Und wir werden das herausfinden. Ja, Chat, wenn ihr nichts davon mitbekommen habt, Silent Hill 2 hat ein Remake bekommen. Das ist hier das Remake. Original ist PS2. Und jetzt haben sie es nach all den Jahren, nach irgendwie fast 20 Jahren oder sogar mehr als 20 Jahren, geremaked. Und so sieht das aus. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir diese Frau blenden müssen. Es geht darum, dass dieser Mann einen Brief bekommt. Einen Brief von seiner toten Frau, die ihm sagt, dass sie hier in Silent Hill auf ihn wartet. Und er zieht hierhin los und sucht sie. Ja, kann sein, dass es gerade doppelt war. So, jetzt sollte es nicht mehr doppelt sein. Obwohl er nicht mal glaubt, dass sie lebt, sucht er sie halt trotzdem. Weil, ne, ist weird. Er kriegt von seiner Frau einen Brief. Und dann trifft er diese Frau hier, die verblüffend ähnlich seiner Frau aussieht. Und ich weiß gar nicht, wo wir hier gerade sind und was wir hier machen. Ja, wir sind im Krankenhaus. Aber wieso waren wir noch mal im Krankenhaus? Wieso sind wir ins Krankenhaus gegangen? Weil das kleine Mädchen hier reingelaufen ist, oder? Genau. Genau. Hier ist ein kleines Mädchen reingelaufen und die wollen diesem kleinen Mädchen noch helfen. Oder was heißt helfen, sie beschützen, weil hier in der Stadt halt super viel Shit passiert. Und weil sie aber auch gleichzeitig irgendwas über seine Frau weiß. Ne? Deshalb will er unbedingt das kleine Mädchen finden. Okay, let's go. Gehen wir rein. Wieso ist meine Brille beschlagen? Okay, dann muss ich blind streamen. Ist das Game creepy? Es ist ein Horrorspiel, ja. Du siehst wirklich schlecht ohne Brille. Bei der Entfernung hier gerade nicht, die ich hier am PC sitze. Aber ist halt ein bisschen entspannter für die Augen. Auf Dauer. Ist so leise, ne? Oder, Chad? Hat es funktioniert, John? Sehr stark. Freut mich. Ja, viel Spaß auf jeden Fall damit. Ich gehe sehr leise. Ich habe das Gefühl, generell ist momentan immer alles bei mir sehr leise. Und ich muss immer extra Filtern machen, damit wir über die 100% Lautstärke gehen können. So, ich habe letztes Mal schon mal die Karte hier eingesammelt, glaube ich. Ich muss jetzt nur die Karte finden, da. Ich habe letztes Mal schon mal die Karte hier gefunden. Habe schon ein paar Räume mir hier angeschaut. Und dann habe ich gesagt, lass lieber aufhören, weil das Gebiet ist hier viel zu groß. Um das jetzt noch irgendwie kurz abzuklappern. Ähm. Und ich habe auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel dabei. Ja, hier. Ein großer Schlüssel, damit solltest du die Kellertür für das Krankenhaus öffnen können. Äh, ich meine, die Tür hier ist markiert. Vielleicht ist das dafür gedacht. Gehen wir mal da hin. Wenigstens siehst du nicht schlecht aus mit Brille. Dankeschön. Aber die meisten Leute sehen gut aus mit Brille, weil Brille ist einfach sexy. Und wenn du scheiße mit Brille aussiehst, dann liegt es nicht an dir oder so, sondern liegt es an der Brille. Dass die Brille einfach dein Gesicht nicht schmeichelt. Und du die richtige finden musst. Okay, das ist hier nicht. Weißt du noch, wie katastrophal du in dem letzten großen Gebiet gestruggelt hast? Gestruggelt? Habe ich doch gar nicht. Äh, Brille, Brille. Äh, Brille, Brille. Tür, Tür, Tür. Ha. Ha. Du bist an der Einstelle irgendwie viermal gestorben, weil du keine Heilung mehr hattest. Ja, wow. Gestruggelt. Er schafft etwas nicht, first try. Direkt richtig struggeln. Das sind mal ein Videospiele spielen. So, hier ist Keller. Meine Brille steht mir, aber meine Gläser sind so stark, dass sie wie eine Lupe wirken und dadurch meine Augen winzig sind. Und das sieht kacke aus. Gibt es nicht Brillen, die das dagegen wirken, weil die dann irgendwie krasser gepresst sind. So, was machen wir im Keller? Okay. Krankenhaus, der kleine Raum mit den ganz vielen Insekten, der war ja auch irgendwie so Keller-Kanalisation. War das unter dem Krankenhaus im OG? Ich war im Gefängnis, okay. Ich kann mich auch an Keller im Krankenhaus gar nicht erinnern. Ich bin so crazy geblendet hier gerade. Nochmal Kamera heller und Licht dunkler. Damit mich die Atmosphäre auch ein bisschen besser fühlen kann. Ich bin so crazy geblendet, aber ich bin so crazy geblendet. Okay, wir brauchen irgendwie Benzin oder so, Diesel und dann Knopf drücken. Okay, und dann haben wir überall Strom an. Oder was heißt Strom? Wahrscheinlich brauchen wir das hauptsächlich für Fahrstuhl. James? Radio ging kurz an. Okay, sie sagt James und sie ist verschwunden. Mein Gott, diese Frau. Hey, Evo-Boy. Und Frau-Boy Nick, Dankeschön für 20 Monate. Kommt alle raus, Mann! Ich hab nichts gesagt! Ich mach mal ein bisschen leiser. Okay, meine Lautstärke funktioniert nicht mehr. Mein, alles geht heute kaputt! Ich verstehe die Lore nicht. Wieso sind da Monster? Äh, das brauchst du nicht zu wissen, um das Spiel zu verstehen, weil darum geht's hier jetzt nicht primär. Du wirst einfach in dieses Setting reingeworfen. In der Stadt sind halt Monster. Und... Es geht jetzt nicht unbedingt darum, jetzt... Woher diese Monster kommen. Das ist eher so nebensächlich. More of those things. Maria, bitte! Wie gut der Dodge! Ja, ich denk mal, wir haben unser Gasoliner. Ich hab' ich ein bisschen leiser gemacht. Jetzt sollte es besser, glaub' ich, sein. Ich bin bei der Woche am Sterben. Wie hält man sich nochmal? Dreieck. Gibt's hier noch irgendwie Loot oder so? Wohin mit dem Bruder? Hä? Wieso sollte ich den schieben können? Kurz Steroids, ja. Da sind Testosteron. Hä? Wieso kann ich den hier bewegen? Aber ich kann ihn halt nur... Ah, doch, es geht raus. Ich dachte, es geht nicht raus. Wahrscheinlich brauche ich den irgendwo in diesem Raum. Da oben. Aua, äh, äh! Komm ran, trau dich! Wieso kann ich den hier so gut dodgen eigentlich? Ja, ich hab' keine Augen! Nächster Drink. So, jetzt kann ich da hoch. Aber wir gucken uns nochmal unten um. Ob es hier noch irgendwie eine Shotgun gibt oder so? Ich hab' immer noch keine Shotgun gefunden letztes Mal, oder? Ich glaube nicht. Nee. Ich hab' schon Shotgun-Munition, glaub' ich, letztes Mal gefunden, aber noch keine Shotgun. Diese Scheiß-Jumpscares in dem Spiel. Junge, wie sie da in der Ecke lauerte. Hört ihr? Steht wieder auf. Lol. Ich denke, sie sind weg. Das ist wahrscheinlich Shortcut, ne? Ja, ich hab ja, der lag auf dem Boden, ich hab noch zweimal draufgehauen, hat aber nicht gereicht, irgendwie. Junge, ich hab vielleicht schon keine Heilung mehr. Fängt schon gut an, ey. So, ja, ich kletter mal kurz da hoch. Hey. Sag ich dir nicht, Geheimnis. Don't worry, ich komme nie wieder zurück. Better. Ey, da musste man erstens mit dem Mund irgendwie dran ziehen, oder? Boah, als meine Spülmaschine dieses Jahr kaputt gegangen ist und ich sie irgendwie auseinandergebaut habe und versucht hatte zu entleeren, um zu gucken, was das Problem mit dir ist, um sie vielleicht zu reparieren oder so, hab ich auch mit so einem Schlauch, wollte ich halt das Wasser dort rausbekommen, weil ich dachte, vielleicht ist irgendwie Wasser irgendwie unter den Beckenboden gelaufen oder so, hab ich gelesen, das ist nicht gut. Und dann wollte ich das raus haben und ich hab ja gemerkt, dass da irgendwie Wasser drin ist und ich hab die ganze Zeit in so einen Schlauch gezogen und wollte halt, dass das Wasser rauskommt. Das ist halt irgendwie dieses, das ist ja so Physik, ne, wenn du irgendwie so aus einer Wasserquelle so dran ziehst, sodass das Wasser durch den ganzen Schlauch läuft, dann läuft das ganze Wasser raus quasi. Und ich hab versucht, das Wasser dort rauszubekommen, aber ich hab mich halt massiv geekelt, weil das ist ja so Dreckwasser und so und ich hab die ganze Zeit versucht, versucht und ich hab gespürt, ich atme, ich zieh, ich zieh da dran, ich spüre, wie das so in den Schlauch hochkommt, krieg Punks, äh Angst, leg wieder Schlauch weg. Versuch wieder, leg Schlauch wieder weg. Ich hab's nicht geschafft, ich hab mich nicht getraut. Ich hatte Angst, das alles in meinen Mund zu bekommen. Und dann hab ich nur neu gekauft. Moin. So, wo war noch mal mit dem Stück? Ah, genau, ihr Gegner. der ist mehr als sie. Er liegt! Er liegt! Drauf! So, dreimal treten! Das ist ab jetzt die Regel! Wenn jemand liegt, dreimal treten! Äh, Licht! Wie geht nochmal Licht aus? Wenn die dich nicht hören und man sie nicht anleuchtet, dann greift sie dich auch nicht an. Er greift mich an! Eins, zwei, drei. Okay, ich erinnere mich wieder an etwas. Ich habe ja letztes Mal herausgefunden, dass wenn man den Gegnern in die Beine schießt, dann fallen die um und dann kannst du ranlaufen mit der Keule und den Finisher machen. Wie sehen ihr das Licht überhaupt? Die haben ja gar keine Augen. Ja, aber die können ja auch komischerweise dodgen und die haben keine Augen. Telekinese oder so. Einfach Resident Evil, ja. Ich meine, damals war das ja so ein Ding, ne? Die wollten ja damals auch so in diese Sparte von Resident Evil damals gehen. Ja, ich mach das. Mal schauen, dasselbe. Die haben Observations-Haki, Junge. James? Hilfe. Aber haben die auch Kopf-Haki? Ich denke nicht. Er steht auf! Er hat ja auch ein massives Kopf-Haki. Eins, zwei, drei. Okay. Was auch immer das ist. Äh, das ist One Piece. Wir sind im Minus eins. Nach eins fahren bringt glaube ich nichts. So fahren wir nach zwei. Der Gegner hat gekotzt, ja. Die Gegner haben so einen Kotzangriff. Und sonst, Maria? Ah, sorry. Schere. Wann warst du das letzte Mal so in einem Fahrstuhl? Ich hab versucht irgendwie die awkward silence zu unterbrechen. Das ganze Spiel ist ne Bibeldreferenz. Das ganze Spiel ist ne Bibeldreferenz. Damals, äh, James und, äh, Maria. die hatten ja Jesus als Kind. Maria? Ja, das war aus so einem OG so ähnlich, ne. Da hat man sich auch getrennt. Weil's ihr nicht gut ging. Da hat sie sich hingelegt. Hey. You okay? I'm sorry. I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. Oh, die, die Pillen her. I mean, die sind in nem riesigen Krankenhaus. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James. I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? Nehme ich dich? Sieht genauso aus. I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Wer ist ne Maria? Die haben wir hier random getroffen. In der Stadt. Okay, ähm, gut. Die liegt erstmal hier. Hat da auch so'n Pisspot ready. Und wir ziehen jetzt weiter, ne? Sorry, I just need a moment. Willst du nicht vielleicht irgendwie so auf dem Boden so'n paar Sachen zusammen sammeln? Als Kissen oder so, ne? Na dann. Dieses Fenster war irgendwie so Fokus grade in der, in der Cutscene. Da springt doch gleich irgendwas raus, oder? Speicherpunkt. Ich würde an ihrer Stelle nie einfach da bleiben. Und an seiner Stelle würde ich sie nicht einfach da lassen. Ja, was soll sie machen, ne? Wenn's ihr nicht gut geht. Und James will jetzt auch nicht, äh, da warten. Er hat seine Mission. Sie will wahrscheinlich auch nicht, dass er wegen ihr seine Mission abbricht. Also Abfahrt. Tür zu, hinlegen. Und hoffen, dass nix passiert. Pop in some pills. Ja, die schläft jetzt hier tief. Die hat sich ein paar Pillen reingedonnert. Die ist jetzt auf einem anderen Planeten. Alles leer. Stimmt, das war ja... Das ist ja Modern Game Designing. Und Bumgott, was geht ab? Dankeschön für 35 Monate. Äh, Umzug mache ich gute Fortschritte, ja. Wir sind eigentlich fertig. Nächste Woche, äh, Wochenende ziehen wir ein. Hm. Bist du denn auch Modern Audience? Ich bin alles Audience. Ich spiele alte Spiele, neue Spiele. Ich spiele alles. Ich bin Gamer. So, was ist so besonders an diesem Fenster? Außer, dass es zerbrochen ist. Und so aussieht, als wäre hier jemand eingebrochen. Vielleicht war das genau das, worauf die Katzchen hinweisen wollte. Dass hier jemand reingesprungen ist durchs Fenster. Hase. Ja, checken wir mal hier ab. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Äh, was bringt mir das? Ich wollte mich nicht heilen, scheiße. Ich suche gerade den Knopf für die Karte. Danke. Ähm. Ich habe ja nichts Neues bekommen oben. Nach unten gehen bringt mir auch nichts. Lies mal den schwarzen Zettel an der Wand. Im Gang. Schwarzen Zettel. Schwarze Zettel an der Wand. Warte, ich guck mal kurz hier Karte. Ähm. Ach, da oben lang bin ich noch gar nicht gelaufen. Hier irgendwie. Ja, hier geht es wahrscheinlich weiter. Hier ist was. Das meinst du? Take care of what matters most. Leave the rest to us. Okay. Aber warte, ich kann auch so machen. So lesen, ja. Palliative... Palliativmedizinisches Zentrum Toluca. Was ist Palliativ-Chat? Im ersten Stock. Achso. Ja, später. Ich geh jetzt nicht dahin. Jetzt. Wo war die Mädchen? Nicht mehr heilbar. Ah. Da sind die Krankenschwestern. Die hatten so im Trailer so eine beschissene Animationen gehabt. Da, die Scheiße hier. Das sieht so kacke aus. Was? 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 Mal das! Eins, zwei, drei. Holy shit ist die tanky und stark. Silent Hill ist scheinbar für Wackelköpfe bekannt. Ja, es ist so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen Klischee-Horror, solche Animationen. Das hat auch gefühlt jedes zweite Trash-Horror-Game, diese dummen Kopfbewegungen. Keine Ahnung, keine Ahnung, wieso die das unbedingt einbauen wollten. Ah, der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleine Zettelchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Also hat es wahrscheinlich jemand auf den Zettel geschrieben, den wir jetzt suchen müssen. Oh ne, Gassenpoet. Einfach Sekiro-Gegner. Die Krankenschwestern, die laufen jetzt auf dem Boden auch noch rum. Verliegen! Oh Gott! Boah, ich krieg wieder viel zu viel aufs Maul Ich werd gleich wieder Probleme mit der Heilung haben Ich muss eigentlich viel mehr meine Pistole benutzen Wie viel hab ich? Ich hab 66 Schuss Ich muss mehr schießen Ich muss mehr schießen als angreifen Ist noch einer Sniperhilfe, ja auch geil Sich vorne draußen vom Krankenhaus hinzulegen Auf ne höhere gelegene Stelle Und dann erstmal die ersten so 20, 30 Gegner Mit ner Sniper Rifle wegzuschuten Bevor man reingeht So, hier war die krankende Schwester Malte, Dankeschön für 20 Monate Okay Her drawings Das sind einfach Schüsse in der Wand Ne 9, ach ja stimmt Ich hab ja irgendwie im Laufe des Spiels überall so Fotos gefunden Wo hinten immer irgendeine Zahl draufsteht Was es nicht im Original gab Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwelche Collectibles sind Ob die relevant sind fürs Ending Aber ich bin echt nicht sicher Wie Ob das Gameplay des Spiels so lange tragen wird Wenn das wirklich so ein 15, 16 stündiges Spiel ist Ob das so lange das Spiel tragen wird Ich fand das Original hat schon eine recht gute Länge gehabt Das war ja irgendwie so 7, 6 Stunden 7, 8 Stunden vielleicht Und das fand ich eigentlich Eigentlich eine gute Länge Aber bei 15, 16 Stunden Boah, ich weiß nicht Die Fotos geben wohl zusammen Lore Hab dann Thread zugefunden Okay Hab gehört, wir beenden heute Nee, das ist zu viel Ich denke, das ist zu viel Hier brauche ich den Code Das heißt, den ganzen Weg, den ich da gerade rumgelaufen bin War alles nur für ein bisschen Loot Okay, Fahrstuhl Ich finde auch im Original gibt es eigentlich nichts zu meckern Bezüglich der Länge War genau richtig Ja, aber heutzutage dürfen Spieler halt nicht so kurz sein Sonst rasten alle aus Wir sind schuld Wir Videospieler sind selber schuld Äh, mit Tuff habe ich angefangen, ja Bin aber noch nicht so weit Weil ich komme dazu zu spielen Äh, ich habe jetzt das Das Girl in meinem Team bekommen Und danach noch nicht weitergespielt Okay, das soll irgendwie eine Referenz sein Als, ans Original Ich habe keine Ahnung Der schwarze Zettel Ich erinnere mich an einen schwarzen Zettel im Original Aber ich weiß nicht mehr, was da drauf stand Damals gab es aber auch weniger Leute Die die dumme ein Stunden Ein, äh, ein Euro eine Stunde Rechnung gemacht hat Ja Damals waren auch die Spiele viel Ähm Beschissener gemacht So, dass du an jedem Spiel Obwohl das eigentlich recht kurz war Viel länger dran saßt Mehr gestruggelt hast Und dementsprechend auch nicht Ein paar Stunden gebraucht hast Sondern halt, ne Dreimal so lange vielleicht Gamer machen sich selbst kaputt Ist halt wirklich so Ja, ich finde Metapher bisher auch nice Aber ich bin, wie gesagt, noch nicht so weit Ich durfte bei der Demo erstmal feststellen Dass ich noch etwas ausgebrannt bin Für diese Art von Spielen JRPGs meinst du? Was war denn dein letztes großes JRPG? Speicherpunkt Persona 3 Stimmt, kam ja auch dieses Jahr, ne Das war auch riesig Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel Patient-Kennzeichnung Blablabla Plötzlich aggressives Verhalten Optische und akustische Halluzination Derzeitige Diagnose Therapie ist effektiv Nicht provozierte Gewaltausbrüche Sind zurückgegangen Verbessert Okay, was habe ich übersehen? Empfehlung Derzeitige Therapie fortsetzen Wasser wirkt beunruhigend Nicht mehr Okay Was habe ich übersehen? Nicht mehr Wird in groß geschrieben Vielleicht ist es ein Rätsel Ein Teil des Rätsels Hier auch Ich denke mal, das Wichtigste ist wieder hier nur Halluzinationen dauern an Patient muss gebadet werden Ständige Überwachung Behandlungszimmer Okay Quart Dankeschön Für 50 Monate Oh nein, was geht ab? Das ist auch irgendwie 2-3 Monate dran Ja, ich glaube, ich werde Metapher dieses Jahr auch nicht beenden Ist jetzt wahrscheinlich noch nächstes Jahr Sommer dran Ich nehme mir in letzter Zeit so wenig Zeit für Games schon traurig Ja, fühle Ich will auch viel mehr spielen wieder Okay, verlegt nach L1 Patientin darf nicht alleine gelassen werden Zur genaueren Überwachung nach L1 verlegen Okay, das scheint irgendwie ein Rätsel zu sein Ah, okay Wir müssen hier so Patientenbänder finden wahrscheinlich Und dann in der richtigen Reihenfolge hier draufsetzen Und dann geht der Schlüssel auf Äh, die Hand auf Oder wie man auch diese Dinger an den Händen nimmt Diese Festival-Bändchen im Krankenhaus Okay, hier ist auch irgendein Rätsel Und hier brauchen wir einen Knopf Dann suchen wir erstmal den Knopf, I guess As bold as one can be To go as far as one needs to I will find what it is of Julie Adelson And I will cure them Check ich nicht Äh, ja, Metapher ist wohl so 80 bis 100 Stunden Chat Könnt ihr diese Symbole aus dem Kopf zu jedem Planeten Zu jedem Planeten, ähm Zuordnen Also ich weiß Sonne und Mond Wegen Sailor Moon Aber gibt es bei Sailor Moon zu jedem Mond Äh, zu jedem Planeten Ich spiele Isaac, aber ich kann die mir auch nie merken Ähm Ich habe auch vor kurzem ein Spiel gespielt Äh, dieses Jahr Äh, Lorelei with the Laser Eyes War so ein Rätsel-Game Resident Evil Rätsel-Game Und da war auch die Thematik Mit den Symbolen Und da muss ich sie mir auch merken Und ich habe sie mir wieder alle Ich habe alle wieder vergessen Dein Stream stürzt sie öfters bei mir ab Okay, wir hatten 70 Probleme Mein Chat hatte Probleme Heute ist wohl ein richtig wilder Tag auf Twitch Aber was soll man da jetzt machen? Ich glaube noch nichts Wir brauchen erstmal einen Hinweis, I guess Und einen Knopf, der da fehlt Da fehlt halt noch ein Äh Noch ein Planet Und dann können wir was machen Kreis mit dem Punkt ist Sonne Ja, ja Kreis mit dem Punkt ist Sonne Und äh Dieser Dieser Sichel ist halt der Mond Und dann bin ich raus Da habe ich auch keine Ahnung mehr So Äh Hier ist irgendwie ein Fragezeichen Dahinter ist was Aha Auge Anmerkung Das folgende Interview wurde mit Als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt Ich weiß noch Dass ich im Wasser lag Schön leer Und dann spürte ich ihn Spürte wie er mich anstarrte Spürte wie es wuchs Ich musste raus Musste fliehen Aber er verfolgte mich Starrte mich weiter an Ich musste es rauslassen Jetzt bin ich wieder leer Schön leer Kommen wir wieder zum Schwimmbad Checkt ihr Checkt ihr die Checkt ihr irgendwie die Die Geschichte dahinter Das ist doch bestimmt Irgendeine Genau Penisreferenz Stimmt Ja Genau Weil er sich die Adern aufgeritzt hat Ich weiß noch Dass ich im Wasser lag Schön leer Und dann spürte ich ihn Spürte wie er mich anstarrte Spürte wie es wuchs Ich musste raus Musste fliehen Aber er verfolgte mich Starrte mich weiter an Ich musste es rauslassen Jetzt bin ich wieder leer Schön leer Aber wieso schwimmbad Wieso schwimmbad Und Wer starrt sie an Wer verfolgt sie Das check ich nicht Das einzige was ich bei Deiner Theorie Die Connection sehe Ist mit Ich musste es rauslassen Jetzt ist es raus Jetzt bin ich wieder leer So das Blut Aber ansonsten Könnte man hier eigentlich Die Schwierigkeit Der Rätsel einstellen Ja Wie im Original Wir spielen auch Auf Schwierigkeit Schwer Er hat es auch eingesteckt Scheint Auch irgendwie Ein Rätsel Zu sein Hier ist jemand drin Badezimmer Immer wenn ich Fliesen in Horrorspielen Sehe Ey Hey Tomo Hier ist noch einer Da drin Junge wie viel Damage Bekomme ich denn hier James trifft doch was James Junge diese Panik Diese Schüsse noch dazwischen So random auf dem Boden Ich bin so scheiße In diesem Spiel Das ist insane Hey Moza Dankeschön Für zwölf Monate 13 Monate Und hi Du musst nachladen Ey der war unfair Der war unfair Hey das Ziel ist nicht so einfach Okay Also Zielen mit Gamepad Ist generell ein bisschen schwieriger Und dann guckt euch das an Hier Ich mach nichts Er wackelt selber so So viel zu Ich hab nicht gestruggelt Das ist kein Struggle Das ist das Spiel spielen Spielst du alle deine Spiele No Hit oder was Ja da geht's wieder zurück Ähm Was ich sagen wollte ist Jedes Mal werde ich in Horror spielen Fliesen sehe Muss ich immer dran denken Was für ein Opfer Ich bin Und zwar Ganz ganz früher Wo ich YouTube Let's Place gemacht hatte Wo halt Irgendwie nur 2-3 Leute Die Videos geschaut haben Wo So gut wie alle Nicht so gut wie alle Sondern niemand Niemand von euch Noch meine Videos kannte Ähm Habe ich auch ein Ähm Ding als Let's Play gemacht Ein Ähm Ich Denkte gerade Pyramid Pyramid Nicht Pyramid Slenderman 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 Let's Play Gemacht Und hab aber davor Mir ganz viele andere Slenderman Let's Plays Angeschaut Und dann gab es den Äh Den Let's Player Ähm Ich bin jetzt wieder nur wegen Loot reingegangen Da gab es kein Key Item Ähm Ähm Lunatic hieß der Der macht ab und zu Glaube ich immer noch Videos Lunatic Und der hat auch immer so hauptsächlich Horror Let's Plays gemacht Er hat damals auch viel Slenderman gespielt Und alle möglichen Versionen von Slenderman gespielt Und ähm Ich war halt immer Fan Hab immer alle seine Videos geschaut Und so ne Und der hat dann äh Bei Slenderman irgendwie Als er das gespielt hat Gab es ja dort Wenn ihr euch noch erinnert An dieses ganz alte Slenderman Diesen scheiß Wald In diesem scheiß Wald Gab es ja so eine kleine Stelle So wo du so eine Toilette reingehst So eine öffentliche Toilette Und da hat er gesagt Dass er Ähm So Fliesen irgendwie gruselig findet Irgendwie haben Fliesen für ihn was unangenehmes Gruseliges So ein Raum voller Fliesen Ist für Ideen irgendwie gruselig Und ich fand das damals Äh So cool Dass als ich dann Slenderman selbst Let's Played habe Hab ich genau dasselbe gesagt Ich dachte mir Das ist so eine unike und coole Angst Oh da kommen sie Sieht schon cool aus Wie sie da Auf eins zu geht Dachte mir Das ist so eine coole unike Angst Ich will auch so tun Als hätte ich sie So liegen bleiben Richtig cooler Dude Ja er war ein richtig cooler Dude Also ist aber noch Insomnia Dankeschön Für 16 Monate Ich glaub die zuckt noch Nein Wo So jetzt nicht mehr Fliesenboden plus Fliesenwände Ist schon weird finde ich Keine Ahnung Ich glaub das ist dieses Diese Ähm Wer ist dieser Dieser Horror Stil Den ja Auch jetzt viele gemacht hatten Äh Diese Subliminal Spaces Ne Liminal Spaces Und da ist jetzt auch immer So ein Fliesen Ding Große leere Räume Mit ganz vielen Fliesen Ähm Und das ist ja auch irgendwie So eine Angst Die viele Leute haben Deshalb gab es ja Wie gesagt So einen kleinen Trend Aber ich hab diese Angst halt nicht Ich hatte diese Angst Auch noch nie gehabt Aber ich Kannte damals das noch gar nicht Und fand das irgendwie cool Und dann wollte ich das auch so tun Als hätte ich diese Angst Ich wollte halt irgendwas Zu erzählen haben Wenn ich in dieses dumme Badezimmer In diesem Spiel reingehe Fucking Slenderman War so ein langweiliges Drecksgame Und ich musste ja irgendwas erzählen Und ich weiß nicht wieso Also ich hab damals Das früher so öfter so was gemacht Dass ich irgendwie Ähm Jemanden Also das Ich hab natürlich damals Viele Let's Plays geschaut Ne Und dann hab ich halt In Let's Play Irgendjemanden über ein Thema reden gehört Und dachte mir Ja das ist ein cooles Thema Was man so ansprechen kann In einem Video In einem Let's Play Und mach das auch Und dann hab ich halt Eins zu eins nachgeplappert Oder halt Eins zu eins Jokes geklaut Oder so Hatte ich ja auch mal Von den Ewigkeiten In einem Video erzählt Weil es sich Über The Ball Über meinen The Ball Let's Play Jetzt geredet hatte Ich glaube ich Hier bei einem OG War so eine Schachtel Ne Wo man Die ganz viele so Schlösser hatte Ne Ja genau Dieses Roffel Roffel Noob Darüber wollte ich gerade hinaus Dass ich Im Let's Play damals Bei The Ball Irgendwie In der Lore saß Und dann gesagt habe Roffel Roffel Noob Noob Letzter Letzter Halt Arsch der Welt Oder so Und das waren beide Jokes Die ich irgendwo Bei einem anderen Let's Play gehört habe Dann hab ich einfach Nachgeplappert Und wie gesagt Irgendwie dieses Fliesenthema Das hat sich bei mir Immer so Das hat sich bei mir Irgendwie so krass In meinem Gehirn Reingebrannt Dass immer wenn ich So Horrorspiele spiele Und ich sehe die Fliesen Dann muss ich immer An Lunatic denken Und denken Was ich für ein Opfer bin Dass ich das geklaut habe Wir sind fast durch Mit der Etage Das ist ein starker Joke Ja vor allem Vor allem dass ich Genau diese Jokes Ausgewählt habe Nicht wirklich Irgendwelche Was ist denn eine Witze Dass ich nicht Einen witzigen Joke Genommen habe Sondern einfach Einen fucking Roffel Roffel Noob Noob Genau den kennt man Auch noch aus dem OG Da hat sich auch James dran gestochen Aber da war Da war noch Als er sich dran gestochen hat War glaube ich Noch Maria dabei Und aus dieser Nasele Hat man im OG Eine kleine Angel gebastelt Mal gucken Was wir hier machen müssen Ob wir auch Eine Angel basteln müssen Da ist die Shotgun Aber eine OG Zuschauer Der dich eben Auf Twitch gefunden hat Und gerade Eine Welt zerbricht Das hat niemand gesehen Einzigen Zuschauer Den ich hatte War Maeve Der hat ab und zu Mal reingeschaut Und ein Like gegeben Maeve zerbricht Jetzt ja Lundberg Dankeschön Für 5 Monate Gibt es Silent Hill In echt Das versuchen wir Heute herauszufinden Shotgun Ich will die Ich will die Wucht Ich will die Wucht festen Shotgun ist wichtig In solchen Spielen Junge das ist so schlecht Dieses Kopf wackelt So billig So liegen bleiben Schallert Schallert Digga Ja Schallert Ist zwar jetzt keine Resident Evil Shotgun Aber Schallert Das von der Belichtung Sieht so gut aus Dieser Fernseher Der aber nicht Nicht so weit leuchtet Dass du genau sehen kannst Was noch links ist Sondern nur so halb Fall doch rum Junge wie oft muss man denn Ehem die Beine schießen Der hat bestimmt so Knieschoner Vom Inliner fahren an Liebst du die Schüsse Immer schneller werden Ja je näher sie kommt Desto mehr Panik bekomme ich Schlüssel L1 Uh Da brauchen wir Ein Teil fürs Puzzle So Heute kein Tatort Scheiß Rentner Ja Hast du mich selbst Hast du den Joke geklaut Nein Der kam aus mir selbst raus Ich mach das nicht mehr Das war vor Ewigkeiten Das war 2012 12 oder so Da wart ihr noch Im Hodensack Eures Vaters Oder so Keine Ahnung Behandlungszimmer Behandlungszimmer war wichtig Glaube ich Ne Da wurde irgendwie gesagt Da ist der Code drin Hieß das nicht so Ja da brauche ich Schwestern Zimmerschlüssel Warte bevor wir Die Treppe gehen Okay ist auch zu Gut Dann wollen wir Achso L1 Ist auch hier schon direkt Ja können wir hier rein Ich glaube da gibt es jetzt Fett Action Soll ich vorher speichern gehen Wäre glaube ich smarter Ich glaube da gibt es Wir haben jetzt eine Wir haben eine Shotgun bekommen Und einen Schlüssel Für einen großen Raum Ich glaube da Wird es jetzt richtig Action geben Da kommen gleich irgendwie so Raptoren oder so Wenn du Angst hast Bin ich Bin ich Bin Angst da gesagt 2012 habe ich nur Creepypasta Videos Über Creepy Creepy Black geschaut Ne da habe ich auch noch Gar nicht mit Creepypastas Angefangen Das kam bei mir auch erst später Vielleicht ein Zwei Jahre später Ein Jahr später Äh Ein T-Rex kommt da ja Und dann kann ich T-Rex Aber ganz einfach besiegen Ich sag ihm Ich sag ihm Sag ihm Hey Du Du hast da einen Fleck Auf der Nase Versteht ihr Und dann kommt er aber Nicht an die Nase ran Und dann denkt er sich Scheiße ich sehe voll kacke aus Weil ich habe da so einen Fleck Auf der Nase Aber ich kann ihn nicht sauber machen Er versucht ja die ganze Zeit In dein Gesicht zu greifen Aber er kann nicht Und dann kriegt er so eine Lebenskrise Okay meine Shotgun ist ready Nice es wäre auch geil wenn so ein jumpscare kommen würde chat mit solchen man schiebt ja die ganze zeit im spiel solche solche dinger hier sei es sei es sowas hier im krankenhaus oder draußen so mülleimer oder sowas man schiebt ja immer wo dann oben so eine fläche ist so dass wir auch ein geiler jumpscare wenn du schon irgendwie so 10 20 stück von diesen dingern geschoben hast na ganz normal wegen rätsellösung und so weiter und plötzlich aus einem geht dieser deckel auf und dann kommt ein monster rausgesprungen das wäre geil oder nachdem du gewöhnt dich gewöhnt das okay gut wenn ich diese dinge schiebe habe ich meine ruhe und bin entspannt das sind so die pausenmomente im spiel wo ich mich nicht irgendwie wo ich nicht die ganze zeit gestresst bin weil mich jetzt irgendwas angreift ein bisschen schieben okay wo muss ich das ding entschieden und ab da wirst du nie wieder dieses ding in ruhe schieben können da muss es hin also eine art mimik ja quasi mit dem mimik effekt ich habe es gehört wo kommen die die dinge da auch immer abfallen oder runterfahren okay da drinnen da drin werde ich jetzt komplett auseinander genommen oder geht auch nicht okay wenn ich hier rausklettere dann würde ich auseinander genommen das mädchen wurde heute eingewiesen armes ding es hat kein wort gesagt sie sitzt einfach nur da den kopf in den händen schluchzt und zittert ich habe sie ins bett in der ecke gebracht sieht so aus als hätte sie sich ein bisschen beruhigt sie hat mich sogar angelächelt glaube ich das ist hier gar nichts wären als wenn es jetzt passiert wissen wir aber dass du es schon vorher gespielt hast eigentlich vorher gespielt auch wenn es jetzt kommen würde ich habe einfach nur coole ideen für horos spiel okay bin halt einfach kreativer kopf dann melde ich dich ach so dieser let's player spielt seine spiele vor habe ich auch früher gemacht ich habe früher mal dead space vorgespielt weil ich zu sehr angst hatte das zu let's playen weil es zu gruselig war habe ich vorgespielt stunde vor gespielt dann wieder den speicherpunkt geladen dann let's play aufgenommen das wird ja immer schlimmer ich hatte halt angst okay ich wollte jetzt dead space let's play machen aber hatte angst 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 Betrüger. Ja, das war das Lustige dran, dass ich das nicht mal irgendwie gesagt habe, dass ich das gespielt habe, sondern trotzdem weiterhin so getan habe, als würde ich es nicht wissen. Wo geht's denn gleich wohl lang? Maschine! James geht's ins Gym, Alter. Okay. Wir müssen klettern. Oh nein, ein Monster! Scheiße, hab mich erschreckt! Ah! 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 Okay, daran erinnere ich mich nicht, was das hier darstellen soll. Das ist eine Schreibmaschine, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was das im OG war. Ah! Stimmt, diese Karte hier, diese Lochkarte. True. Da liegt sie. Ja, passend dazu, Stattian, da war diese meine Schnauze halten. Warum helfen sie mir nicht? Warum sperren sie mich hier mit ein? Let me out, 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 let me out. Was ist denn hier los? Woher weiß der Karton, wie ich emotional bin? Ich bin gerade eigentlich gar nicht. Das ist bestimmt vorher gespielt, Gameplay. Und er tut jetzt alles, wenn er live spielt, ja. Soll ich zwei Finger in die Kamera halten? Das ist live, hier, zwei Finger in die Kamera. Okay, wir haben die erste von drei, I guess. Wie ist das Remake bisher so? Äh, ist ganz nett. Ich kann noch keine volle Meinung abgeben, aber bisher finde ich es ganz nett. Ah! Scheiße, Shotgun-Munition verschwendet. Ich hätte auch Pistole wechseln sollen. Shotgun-Munition musst du nur für die Krankenschwestern behalten. Ich glaube, erst wenn du live willst, dass du, wenn du einen Backflip machst. Ach so. Treff mal die Gegner instern, der hat deine Schnauze. Äh, wir sind wieder am Anfang. Hier habe ich heute angefangen. So, äh, ich weiß nicht, ob mir das jetzt schon eins davon reicht. Weil da waren ja zwei, die ich draufsetzen musste. Ein Armband, das du in dem Krankenhaus, äh, Krankenhaken gefunden hast. Da ist mit den Markierungen übersät. Aber die Markierungen bringen mir nichts, ne? Ich kann nicht lesen oder so. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das irgendwie nicht wirklich drauf, sondern irgendwie, als würde das davor schweben. Sieht komisch aus. Ähm, ja. Vielleicht reicht auch nur ein Armband. I guess. Wir probieren es aber mal aus. Hier habe ich übersehen. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Da waren wir ja gerade. Die kennen wir. Die habe ich alle dabei. So, ja, gehen wir wieder zurück ins Büro. Ähm. Macht man die jetzt mit der Nadel auf? Warte jetzt. Moment. Meinst du, die kann man aufmachen? Nee, ich kann die nicht holen. Nee. Kann nicht kombinieren. Nee. Die muss ich ja nur auf diesen Arm draufsetzen. Von dieser Puppenhand. Vielleicht ist das auch eine echte Hand. Wie komme ich hoch? Schwimmbad. Ist da etwas? Stimmt, wir haben ja diese Akte bekommen mit jemand liegt im Wasser. Es ist so leer, so leer, so leer. Ich glaube auch, ich brauche mehr als ein Armband, weil da waren ja drei Armbänder. Aber ich habe sonst jetzt gerade keinen anderen Weg. So leer. Dark Schulz. Äh. 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 Moment, da oben. Im Aufenthaltszimmer der... Nee. Doch. Der Schwester war doch der Kopp. Nee. Was ist bei C5? Wieso ist da ein M? Ach. Sie ist das M. Huch. Ich will... Nicht hier lang. Kurz ihre Existenz vergessen, ja. Wieso knistert hier das ein bisschen? Okay, da stehen Zahlen drauf. Okay, ja, wir brauchen alle drei. Wir brauchen alle drei. Okay, ähm. Ja, wo könnte ich dann sonst hin? Ähm. Ich brauche nochmal kurz den einen Hinweis. Bezüglich den Codes. Hier, glaube ich. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt. Wie gesagt, hört bitte auf, die Codes auf kleinen Zettelchen zu schreiben. Aufenthaltszimmer der Ärzte. Aufenthaltsraum der Schwestern. Ähm. Ich war noch gar nicht im Treppenhaus. Vielleicht kann ich im Treppenhaus zur 3 hochlaufen. Und das ist mein Ziel. Aufenthaltszimmer der Ärzte. Moment, war der ganz oben? Nee. Hä, wo ist denn der? Da war er eben. Ach, da ganz groß. Ja, da komme ich noch nicht hin. Ja, ich versuch mal Fahrstuhl. Ja, Fahrstuhl, Treppe. Ich glaube, ich war bei der Treppe nicht. Bei der, oben links bei der Treppe. Oh mein Gott, sie hat sich hier wie kurz bewegt. So, hier war ich nicht. Gehen wir mal nach oben. Da summt jemand. Hört ihr das Summen? Da summt jemand. Hört ihr das Summen? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? na no, na no, na. Okay, nee, die summt jetzt überall. Das sollte Lauri Schmauri sein, ja. Ja, wir gehen jetzt noch zu Lauri Schmauri. Moin! Hey, bist du okay? Geh weg! Keine Angst, ich will nur sprechen. Kommen wir gleich dazu. Ja, ich kenne den Song auch aus der Werbung. Ich glaube, damit war irgendwie auch ein ernstes Thema mit verbunden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es seit meiner Kindheit in meinem Kopf sich festgebrannt hat, der Song. Shotgun. Die Shotgun ist bereit. Wer kann sie erspüren? Datenschutz, glaube ich. Ja, in der Werbung, aber ich meine der Song selbst, oder? In dem Song ging es ja irgendwas anderes, oder? Also, der Song wurde ja nicht extra für die Werbung gemacht, oder? War der Song nicht irgendwie ein eigenständiges Ding und das haben sie dann nur in der Werbung verwendet? Oh, da bin ich komplett lost. Wieso hast du immer eine Million auf die? Haust eine Million auf die, wenn die schon liegen. Ist das, ist alles okay? Ja, damit sie nicht wieder aufstehen. Vorhin habe ich nur zweimal draufgehauen und ist wieder aufgestanden. In dem Song geht es ums E-Mails, um Datenschutz. In dem Song auch? War das, verwechsel ich den Song mit einer anderen, äh? Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erwarten? Sie fliegen vorbei. Es ist eine deutsche Song über die Freiheit der Gedanken. Die originalen Rüder und der Kompose sind unklar. Die erste Version, though the most popular version was rendered by Hoffmann von Fallersleben, 1842. Da, seht ihr, es ging um eine, da ging es wirklich um ein ernstes Thema. Specki, danke schön für 54 Monate. Es ging irgendwie um Freiheit und Demokratie oder so. Und dann kam halt irgendwie wegen der Werbung dann... Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei. Junge, wie gruselig das ist. Hä? Wie nicht mich erschankt. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei. Die Gedanken... Junge, das ist hier einfach... Einfach... Die Gedanken sind frei. Junge, das sind alles... Es geht ja hier auch so um... Du bist ja die ganze Zeit in so einem Büro unterwegs hier, ne? Die haben bestimmt auch alle ihre Daten verloren, weil sie nicht sie geschützt haben. Ja, super gruselige Werbung, Junge. Dass ich davor keine Angst hatte als Kind, das ist ja super weird. Wie die da so leblos schweben, Digga. Okay, Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt. Unterernährt. Flache Atmung. Vermeidet Augenkontakt. Unruhig in Gegenwart des Personals. Panik bei dem Gedanken an Berührung. Okay, Tag 2. Patient verweigert feste Nahrung. Zwangsernährung mittels nasogastrischer Sonde erforderlich. Serotonin-Antagonisten verabreicht. Okay, wer ist denn der Antagonist von Serotonin? Um Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Tag 3. Patient wird zum Baden und Füttern fixiert. Behandlungszimmer bitte entsprechend vorbereiten. Fortschreiten der Unterernährung. Sauerstoffmangel. Verdacht auf Selbstverletzung nicht bestätigt. Tag 4. Irgendwas stimmt nie. Nee. 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 Wenden? Da kann man doch nicht wenden. Da kann man nicht wenden. Das Ding steckt drin. Antagonisten bedeutet in dem Fall wahrscheinlich... Ah, 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 ah! Kennt ihr das, wenn euer Ohr plötzlich anfängt zu jucken? So im Inneren vom Ohr. und dann geht das so durch den ganzen körper durch okay das bedeutet in dem fall wahrscheinlich dass es gegen irgendwas wirkt oder das ist jetzt ein preis oder was für deine aussage schlüssel 1f in award dr andrews wie wir haben die röntgenbilder die sie angefordert haben es scheint als wäre die datei unvollständig eines der bilder fehlte wir schicken es ihnen sobald wir es finden lassen sie mich wissen wenn wir noch weiter etwas für sie tun können wie nah am original ist das spiel eigentlich es geht es ist halt sehr viel drumherum also die level sind anders aufgebaut und so das gameplay ist natürlich ganz anders es sind andere rätsel und story wise ist alles ein bisschen in die länge gezogen mit ganz viel mit ganz viel neuen kram die grundstory ist gleich aber ansonsten naja ja da ist ein dicker strich bei dem unteren bild wo führt er theoretisch bei den anderen bildern weiter vielleicht brauche ich noch ein weiteres vielleicht geht das noch gar nicht damit im original gab es einen kart racing aspekt hier hier was wenn ich einfach jetzt neben der richtigen reihenfolge kann ich auch nicht machen aber da ist auch noch ein kreuz hat er hier so da jetzt geht das ding ins über also der gehört nach hierhin auf jeden fall das passt jetzt mit denen skull trauma from childhood voller recovered aber ich könnte drehen theoretisch so genau aber für den anderen haben jetzt gar keinen hinweis vielleicht die kratzer halten aber ich kann die kratzer auch nicht kombinieren ich kann ja auch nichts anbauen das og war blubber rätsel einfach was ich kann ich die beieinander legen die gedanken sind frei ich kann ja auch nicht doch ich kann die so übereinander legen sein kann ich weiß nicht ob die kratzer irgendwie irgendwie ein ganzes bild ergeben dass man das irgendwie so hinlegen kann dass die kratzer ineinander übergehen oder so aber es geht nicht vielleicht fehlt uns hier noch was das sieht irgendwie gut aus von den kratzern her oder nee eigentlich nicht okay ich glaube ich komme nicht weiter aber wieso sollten die beckenknochen zwischen den schädel und die rippen aber ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich bin kein arzt ich weiß nicht wie die das normalerweise an diesen geräten dass aufhängen ich weiß es nicht ich weiß nur dass man füße mit den zähnen nach oben hält natürlich weißt du was über die füße bescheiden vor allem müssen sie weiß lackiert sein bevor man sie röntgen nach oben hält ist ein zahlenschloss und da ist die reihenfolge wie man es drehen muss jetzt brauchen wir noch die drei zahlen junge ich finde hier die ganze zeit irgendwelche rätsel aber keine lösungen dafür moin hier war ich laura hydrotherapie rauben mehr schnabuliert hier mir in mein ohr kann ich aufs dach passiert jetzt das auf dem dach was im og passiert ist ich kann nicht hoch junge wo ist der denn hier das ist die stelle habe ich da kurz reingelunst reingelunst alter kaputt so liegen bleiben so zack braucht mehr shotgun munition endlich getroffen ja mit shotgun treff ich immer mit shotgun habe ich da irgendwie einen besseren aim sonst ist hier gar nix mehr ja 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 mas− speichern Mit Shotgun muss man auch nicht aimen Doch, natürlich musst du auch damit aimen Das ist auch wichtig, dass du ja die richtigen Körperteile treffst Damit der Gegner halt auch umkippt Du hast ja gar keine Ahnung von Schusswaffen Bleib mal bei deinen Leisten, du Schuster Ja, wie komme ich in den Innenhof? Wahrscheinlich da Die große Tür in der Mitte Weil die führt ja Richtung Garten Und Schwimmbad Wird wahrscheinlich der Innenhof sein Wenn du es falsch herum hältst, bist du tot So meine ich das nicht Der schlagfertige Boss Yeah Äh, nein Hier das schwarze Poster sollte ich mir anschauen Nicht vergessen, wenn sie an unterfolgenden Symptomen leiden Das haben wir schon letztes Mal geschaut Vermindete Appetit Starke Gewichtsverlust Schlaflosigkeit Verlust von Interesse an Freunden Ja, das habe ich schon letztes Mal geschaut Kommt da jemand? Da fehlen Wörter, was? Junge, wer schnappuliert mir da ins Ohr? Kann ich bitte in Ruhe lesen? Ich bin nicht krank Schwester! So, was fehlt? Äh, hier drauf achten Es fehlt ein Wort bei der Übersetzung Was aber auf dem Plakat selber steht Okay Vermindete Appetit oder starker Gewichtsverlust Schlaflosigkeit oder Hyposymie Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten Gefühle von Wertlosigkeit Vermindete Denk- oder Konzentrationsfähigkeit Dann kontaktieren Sie bitte mit dem Arzt Wir kehren da unten Poor Appetite oder Significant Weight Loss Insomnia oder Hypersomnia Loss of Interest and Pleasure in Usual Activities Ja, Gefühle von Wertlosigkeit Feeling of Worthless or Guilt Die Schuld fehlt im Deutschen War das das, worauf du hinweisen wolltest? Wieso ist hier einer? Für gar nichts Für ein Foto At least She was here Genau, ich hab gesammert Keine Spritzen mehr Ja, wie schnell hat er sie weggesteckt Das sah irgendwie aus, als wäre die Animation irgendwie nicht richtig So, jetzt können wir hier rein Moment, lag da mal was? Schaut kurz aus Doch, doch da Hä? Ach, das ist Leute Das Stuhlbein Leuchtet so weiß auf Wegen der Reflexion Und ich sagte, das ist ein Prompt Für Drück hier X So Ich werde angespuckt von hinten oder so Lol Wo kommt der denn jetzt her? Die könnten Türen öffnen Das zählt nicht So haben wir das nicht abgeklärt Chad, wieso dürfen die Türen öffnen? Ich bin extra durchgelaufen Guckt, ob da niemand ist Auf einmal macht er mir die Tür auf Monster sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ey Okay Wieso vibriert mein Gamepad gerade? So insane. Ich glaube, das ist das Adrenalin von James. Er zielt die ganze Zeit auf sie, die da auf dem Boden liegt. Dreht sie ihm automatisch zu Jungen. Geht doch durch, Digi. Oh, Chat. Die Stelle aus dem Trailer. Jetzt. Jetzt kann ich unter Beweis stellen, wie gut ich beim Aimen bin. Oh, hier kommt das mit der Nadel jetzt. Das Rätsel, das war auch Emoji, so ein Ding, dass da unten im Abfluss was war. Man musste was mit Haaren und einer Nadel sich eine Angel bauen. Aber wir brauchen erstmal die Haare. Schon wieder ein Zwischenfall mit 0050. Er ist aus dem Schwimmbad in den Garten gerannt und hat sich dabei geschnitten. Gott sei Dank war ich noch hier. Er war völlig manisch und hat geschrien. Ich habe die Pfleger gerufen, um ihn festzuhalten. Wir haben es gerade so geschafft, die Wunden zu nähen. Er ist jetzt sediert und wieder in seinem Zimmer. So. Vielleicht kommt das erst, wenn man das Zeug rausholt. Aber hier kam dann so ein Gegner raus im Trailer. Reingesprungen. Und dann hat er hier im Trailer hier drin in dem Raum gekämpft. Spoiler. Aber ich kann in den Garten rausklettern. Apotheker. Äh, ja. Theoretisch durchs Fenster in den Gordon. Und wir wären jetzt auch auf dieser Seite vom Gebäude. Wo ich noch nicht war. Er hat vorgespielt. Nein. Ist da nur einer? Ich habe das Gefühl, hier steht einer direkt dahinter. Doch nicht. Renn, James. Keule. Renn, James. Renn, James. Keule. Dann ist noch einer. War das im OG auch so mit diesem Ist da etwas auf der Map? Nee. Nicht so viel jedenfalls. Ich glaube, da gab es auch so kleine Markierungen. Aber nicht so viele. Hier kriegst du für alles markiert. Oder das war nur im Dingens. Ich habe ja zuletzt das HD Remaster gespielt. Mit so Quality of Life Changes von der Community. Vielleicht war das auch Teil der Quality of Life Changes. Da ist noch jemand hinter mir. Boah, das war so gut gespielt, Mann. Manchmal bin ich einfach so geil, ne. Okay, das war jetzt nicht das Adrenalin, was die ganze Zeit gewibriert hatte. Das war der Regen, der vibriert hatte. Das Gamepad hier. Also du kriegst so aus dem Gamepad so vereinzelte kleine so quasi so Stiche. Als würde es auf deine Hände regnen. Das Gamepad. Das Gamepad ist James Körper. Okay, ich konnte hier rein. Was ist das für ein kleines Hexenstübchen? Ah! Als ob die mich hier einsperren mit so einer kleinen Ratte. Oh, ich hab ne Spritze bekommen. Hat sich gelohnt. So. Ja, ich denk mal, wir klettern jetzt da rüber. Ich schau mal nochmal kurz hier. So zwar hier gar nix, ne. Ah! 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 Da ist Munition drin. Kann sie nicht aufheben. Scam. Ah! 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 Wieso le... Wieso... Guck! Er steht auf! Ich hab nicht oft genug drauf gehauen. Deshalb trete ich immer fünfmal drauf. Okay, ich denk mal, wir müssen das Wasser ablassen. Und dann ist da unten was drin. Weil er hat irgendwas doch geredet von wegen, yo, Wasser frei, Wasser raus. Dann fühle ich mich so leer. Da hat ein Pool mit uns gesprochen. Er ist vibriert. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wieso vibriert mein Handy? Was ist passiert? Okay. Oder ich geh jetzt so einfach in die Suppe rein. Stehen die jetzt alle auf? Okay, ich geh mal rein. Nee, geht nicht. Okay. Dann gehen wir rein ins Schwimmbad. Indium kleiden. Direkt Gegner. Hä? Käfer. So, Platsch. Splatter or dash? Yeah, Schrotkugeln. Sehr wichtig. Käfer. Ach, komm schon! Und jetzt, solange er betäubt ist, mach ich jetzt Wasser an und dann wird er komplett einweichen. Und dann, wenn er wach ist und aufstehen will, dann wird seine Haut von ihm abfallen und seine Muskeln zerfallen und dann steht er nicht mehr auf. Okay, da. Ein Kabel. Ein Katheter. Ähm, kann ich das kombinieren? Mhm. Das ist ja richtig scheiße. Hä? Im OG baut man sich eine Fangel, äh, eine Fangel. Ich wollte eine Fangel sagen. Im OG baut man sich eine Angel mit so, äh, Haaren aus der, aus dem Abfluss, glaube ich, ne? Das war ja viel ekliger und cooler als hier mit einem Katheter. Ne, aus der komischen Box. Ne, hat man doch mit so Haaren gemacht. Ich glaube mit so Haaren. Zu ekelhaften Duschhaaren. Äh, ja, damit können wir jetzt, äh, zu Apotheke gehen. Und angeln. Ja, die waren in der Box, meine ich. Achso, du meinst die Haare waren in der Box, okay. So, und jetzt, wenn ich angele, dann kommt jemand durchs Fenster und dann kommt der Trailer-Moment. Den ich jetzt aber richtig krass meistern werde. Katheter-Safe ekliger als Haaren. Nein, das ist ja ein sauberer Katheter. Oder? Ich sag ja immer Katheter-Propeter, ne? Okay, das ist der Pool-Schlüssel. Es kommt niemand. Hä? Fake-Trailer. Ja, die leben alle wieder. Nicht alle. Ja, die lass ich einfach mal da stehen. Juck. Müsst ja nicht jeden Gegner töten, ne? So, und ich denke mal, da wird jetzt ein weiteres Festival-Bändchen liegen. Du bleibst liegen, oder? Du stehst gleich nicht random auf und greifst dich an, oder? Sobald ich das Festival-Bändchen aufsammle. Du auch nicht, oder? Du bleibst alle liegen, ne? Okay, den kann ich gar nicht. Ja, da ist es. Nummer zwei. Und jetzt rennt! Die stehen alle auf! Okay, die steht auch nicht verlaufen. Aber die steht auch! Okay! Manchmal muss man auch einfach laufen. Manchmal ist es auch einfach smarter zu laufen. So, wir haben jetzt ein zweites Armband. Ähm... Damit kann ich aber immer noch nicht das Rätsel lösen. Aber wir haben jetzt die zweite Seite des Gebäudes hier. Die wir noch erkunden können. Ja, das Krankenhaus ist echt riesig. Das ist echt big. Das schleibige Geräusche, Alter. Boah, zwei! Oh, die steht wieder auf! Ich dachte, ich hab's geschafft, nach zwei Schüssen die hinzulegen. Okay. War's im OG auch so groß? Äh, das Krankenhaus war auch so groß, ja. Aber da hattest du viel weniger Rätsel und viel weniger Schlüssel, die du sammeln musstest. Also spielerisch kürzer, aber von der Größe auf jeden Fall auch sehr groß, ja. Oh, das sieht schon echt gut aus. Die Beleuchtung ist... sieht schon echt sick aus, ey. Bleh! Bleh! Ekelhaft! Schlimmer als die ganzen Krankenschwestern-Monstern, Alter. Und Neichi, Dankeschön für den Giftsatz. Vielen, vielen Dank. Ey, zum Glück habe ich die PS5-Version geholt. Ich habe ja den Key von Twitch geschenkt bekommen, den ich jetzt an John vorhin verlost hatte. Äh, hätte ich gesehen, dass ich den Key bekommen hatte, weil ich habe den bekommen, bevor ich die PS5-Version gekauft habe. Hätte ich das gesehen, hätte ich mich wahrscheinlich davor gedrückt, die PS5-Version zu kaufen, weil... wären ja unnötige 70 Euro, die ich ausgeben muss. Und dann hätte ich jetzt wahrscheinlich hier auf so Low-Einstellungen dieses dumme Spiel gespielt. Aber so kann ich es richtig in geiler Grafik genießen. Der hätte PS1-Grafik gehabt. Obwohl das Original PS2 war, hätte das hier PS1-Grafik gehabt. Ja, die Käfer wären keine Käfer, sondern so Quadrate. Schlapp schnell danach. Der haut daneben. So, was haben wir hier? Insektenspray oder so? Mold Revolver. Ah, Schimmelentferner. Geil. Boah, das ist ekelhaft. Okay, die hauen alle ab. Die haben alle Angst vor James' Aura. Es sitzt in den Wänden, tief im Inneren. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile. Aber dann taucht das Ding an genau denselben Stellen wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen, sie einreißen, wenn es sein muss, und es ausrotten. Genau, das ist die, die, die Verbindung zu James' psychischen Problemen. Der Schimmelentferner ist der Alkohol. Und vielleicht, okay, komisches Bild. Der Alkohol nimmt ihm die Probleme. Für eine kurze Zeit. Aber dann kommen sie wieder. Oder so. Die Käfer wären Bugs. Poetisch, ja. Oh Leute, sie guckt Fernsehen. Pass auf, das ist Pranky. He! So, war's für dich. Heute kein Great Anatomy mehr für dich. Da kommt irgendjemand hin zu mir. Da kommt irgendjemand hin zu mir. Er springt mich an. Wow! Den hat's ja komplett weggescheppert. Der hat einfach einen Backflip gemacht, Junge. Ich liebe, wenn man so ins Stream kommt, tretet Kägi einfach auf Leute rum. Ja, muss auch, ne? Ist ja Pflicht. Ich muss ihnen ja zeigen, dass ich hier über den stehe. Sie müssen wissen, mit wem sie das hier zu tun haben. Okay, Lager, Toilette ist da noch, wo ich noch nicht war. Und hier würde ich jetzt einmal im Kreis laufen. Shot hat aufgemacht. So, hier Lager. Zug. Toilette. Same energy, wieder weinende Leute auslacht Kägi. Also erstens lache ich keine weidenden Leute aus. Und zweitens ist das absolut nicht vergleichbar. Äh, aber ... Ich hab doch gar kein Key-Item bekommen. Ich hab kein Key-Item bekommen. Und jetzt? Guck mal noch ganz genau auf die Karte. Ich guck ganz genau auf die Karte. Uh, ich seh es. Aufenthaltszimmer der Ärzte. Habe ich eine Tür noch nicht gecheckt. Essen fördert die psychische Gesundheit. Finde ich auch. Ballaststoffreiches Obst und Gemüse. Vollkornprodukte. Gesunde Fette. Einschließlich Omega-3. Nein. Stark verarbeitete Snacks. Weißmehlprodukte. Rotes Fleisch. Du verbietest nicht mir meine Snacks. Scheiß Krankenhaus. Chipsiki müssen. Moment, lag hier nicht Munition? Nee. Ariechiki. Junge Ariechiki. Banger. So, hier die Tür, ne? Ja. Die geht nice. Was ist Ariechiki? Das ist irgendwie so ein osteuropäisches Ding. Da sind quasi so Nüsse, die machst du quasi mit so einem Waffeleisending. Ariechiki. Ich weiß nicht, ob es sowas irgendwie im Deutschen gibt oder so. Hier die Dinger. Das ist halt quasi so ein süßer Teig, der dann so ein Ding gemacht wird. Die sind dann halt so ein bisschen knuspriger, härter, wenn du drauf beißt. Und dann ist da drin meistens irgendeine Nougat-Flüssigkeit. Zaubernüsse. Dann ist da meistens irgendwie so, ja, Nougat-mäßiges Zeug drin. So Nutella-mäßiges Zeug drin. Die gibt's. Die kann man so kaufen? Echt? Ich kenn jemanden nur von meiner Mama. Ich wusste gar nicht, dass man die so kaufen kann. Arschcreme. Genau, da ist Arschcreme drin. Wäre das nicht so aufwendig, würde ich das täglich machen. Ist es das? Ja, okay, gut, ne? Du musst ja quasi erst die, also den Teig machen. Dann musst du die alle erstmal so pressen. Und dann musst du ja jeden einzelnen befüllen und zukleben. Und ein einziger ist ja viel zu wenig. Du musst ja immer davon immer super viele machen. Ja, aber die sind ganz geil. Hat meine Mama schon länger nicht mehr gemacht. Sollte ich meinen Auftrag geben. Ja, du musst quasi das Ding extra kaufen. Dieses Waffel-Ding, ja. Kann man bei Mixmark kaufen, theoretisch. Aber selbst gemacht schon geiler. Wusste gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Aber ja, gut. Wahrscheinlich dort eingefroren, ne? Scheiß drauf, weil wir fertig kaufen. Ähm, okay. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unserer Einrichtung ereignet hat. Damals wurde der Patient auf richterliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich ein Zustand zu verbessern. Sein Zustand zu verbessern. Die verabreichten Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei einem Psychologen und Kunsttherapie halfen ihm bei seiner Antriebslosigkeit, seiner Anhedonie und seinem sozialen Rückzug. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Bis der Nachtwächter den Verlust eines Schlüssels meldete. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Okay. Cool. Die Nachricht sagt uns einfach nur, es gibt einen Schlüssel. Aha. Tick-Tack-Toe-Sieg. Notiz mit Tastenfeld-Kombination. Aha. Okay. Okay. Das können wir gleich benutzen. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie genau der Code damit gemeint ist. Ob die Kreuze oder die Kreise wichtig sind. So, jetzt ist es Shortcut. Shortcut. Okay. Hey, wie dumm war der Kreis? Ja, vielleicht hat Kreuz in der Mitte angefangen. Kreuz hat in der Mitte angefangen. Dann hat er diagonal gesetzt. Aber der Strich impliziert doch, dass Kreuz quasi jetzt gewonnen hat. Ja, ja. Ich denke mal, das passt ja auch. Kreuz hat angefangen. Und jetzt wäre der nächste Zug von Kreuz. Und ich denke mal, er hat als erstes in der Mitte gesetzt. also müsste Kreis anfangen. So. Ähm. Das Zahlenschloss war oben auf jeden Fall. Ne, stimmt. Ich bin sorry. Kein Problem. Ich akzeptiere deine Dummheit. Du bist erkältet. Was bist du denn für ein Lappen, dass du dich von irgendwelchen Bakterien unterkriegen lässt? Schwachomat. Junge! Sie dodged! Fehlerhaft am Match einfach. Aber ja, gute Besserung. Was für ein guter Aim. Hallo? Mach dich nicht über meinen Aim lustig. Ich habe genau auf die Beine gezielt. Aber sie hat die ganze Zeit so die Beine weggezogen. Das war so, keine Ahnung. Fox Wave Dash, Alter. Melee. Puh, 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 puh! Haiaaaaaa! Ja, der erste Schuss ging daneben, aber danach... So. Okay. Ähm. Tic-Tac-Toe. Eine Notiz mit der Neu-Tasten-Fährenden-Kombination. Wir probieren einfach mal aus. Erstmal einfach die Kreuze zu setzen. Und das wäre dann zack, zack, zack. Nee. Also er hat in der Mitte angefangen. Dann ist er diagonal gegangen. Dann ist er hier gegangen. Dann ist er hier gegangen. Nee. Mach einfach so. Nee. Okay. Kann das bitte aufhören, die ganze Zeit irgendwas anderes anzuvisieren? Also ich denke mal, er hat mit dem x in der Mitte angefangen. Dann kam irgendeiner der Kreise in der Ecke. Ich denke mal, entweder oben oder unten kam der als nächstes. Bestimmt kam der unten. Dann hat er hier diagonal gesetzt, weil er auch einen diagonalen Strich ziehen wollte. Dann hat er den oben rechts gesetzt. Dann hat er ihn hier hingesetzt und der hat dann blockiert mit dem. oben. Und jetzt ist er als nächstes hier. Also Mitte unten links. Mitte rechts. Ja, oder einfach die Reihenfolge. 4, 5, 6, 7. Nee. Oder hätte ich die Kreise machen sollen? Der vierte Kreis würde dann theoretisch ja hier hinkommen auf die 6, um zu blockieren, dass er nicht gewinnt. Vielleicht hat er auch ganz links angefangen. Das wird doch jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass ich jetzt wirklich einfach alles testen soll. Also alle Möglichkeiten durchtester. Das wäre ja dumm. Da musst du ja einen genauen Hinweis geben. Weil was wäre das bitte für ein Rätsel, wenn die einfach vier Zahlen gesagt werden und jetzt musst du einfach alle Möglichkeiten durchgehen. Die Rückseite war leider nichts. Die Rückseite. Die Rückseite. Die Rückseite. Die Rückseite. Die Rückseite. Die Rückseite. hab ich nicht ich könnte schwören ich habe das so getestet rückwärts dann haben wir es sie füttern mich mit abfall und verwesendem fleisch voller maden voller sehnen sie zwingen mich die säfte zu schlucken rot und gelb fließen sie meinen hals hinunter ich huste und würge und übergebe mich bis mir der hals weh tut ein schmerzendes pochendes rohr aus fleisch ich würge alles hoch aber ich schmecke immer noch ekelhaft sie warten mich im dreck und blut und pisse und galle das macht mir wieder ein bisschen geil sie reiben meinen körper sanft mit menschlichem kot ein vor meiner haut juckt sie pelt sich wie nasses papier ich flehe sie an aufzuhören aber sie hören nicht auf mich und dann sperren sie mich ein mit ihm er ist immer da jedes mal kommt er näher und die fäule kommt mit ihm sie dringt in mich ein sie wird zu mir er ist eingesteckt ich glaube ich glaube james fand die beschreibung geil erstmal einstecken für einsame röntgenbild schimmeliges röntgenbild das müssen wir zauber machen hallo 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 was passiert hier ok nein alle knöpfe werden gedrückt ja dann müssen wir zum röntgengerät wieder hin und das war oben wir sind ja jetzt in im egee und wir wollen nach og ne wir sind im og und es war unten der röntgenraum nein er war oben ganz oben hier war es nicht wie er kurz aufstönt stimmt da war ja was ne der hat ja immer er hat immer bei geschlossenen türen gestöhnt genau so hat er gestöhnt aber es nicht die zwei zwei war es nicht hier ist es okay so ergibt sich jetzt ein bild die katze müssen doch irgendwie beieinander laufen oder verstehe ich dieses rätseln falsch ne wenn ich übereinander lege dann springen die so weg die karten siehst du das dürfte ich dich nicht übereinander legen ich darf sie nur so so halb überlegen aber zu stellen okay so geht auch noch so geht auch noch und so nicht ich darf sie nicht komplett übereinander legen aber ich kann sie schon okay gut boah ist das wilde scheiße alter ist das wirklich so gewollt ich hab da nicht mal irgendwie einen Anfang oder so wenn das jetzt wirklich so gewollt ist dass man diese übereinander legen muss ja ich weiß nicht ob das hier richtig also ob das ein hinweis ist dass die so liegen müssen wegen dem textmarker shit ich weiß nicht ob das ein hinweis ist so wird da jetzt ein a ergeben oder mehr aber das ist schon vorher da auch ohne kratzer hey talou was geht ab dankeschön für fünf monate okay der liegt wohl richtig rätsel jamskir sind linea Dankeschön für den Primester. Dick, ich erkenne da keine Muster, gar nichts. Okay, ich hab's. 4, 37, 12. 4, 37, 12. 4 Jahre sind die Leute im Chat. 37 Jahre ist der Deschke. Und ein IQ von 12 fehlt mir noch, um auf die 100 zu kommen. Okay, kann ich mir merken. So. Dafür müssen wir jetzt zu dem einen Schloss. Und der ist direkt hier. So. 4 Jahre ist mein Chat, 37 Jahre ist Deschke und 12 IQ, dann bin ich bei der 100. Nice. Ich mein, hör ins Drachenlord, ja. Ich bin halt schon sehr smarter. Ich glaube, auf Standard waren da mehr Striche auf der Platte. Okay. Lecky schmeckt. Okay. Ich bin mal gefüttert mit Maden oder so. Wie ist es eigentlich, wenn man Maden isst? Punkt. Die Magensäure würde schon Maden zersetzen, ne? Weil Maden fressen sich ja immer durch, durch Leichen. Ging die Kamera gerade noch hoch? Äh, die Maden fressen sich ja durch Leichen. So, aber fressen die die Leiche nur, wenn der Mensch schon so lange tot ist, dass irgendwie die Magensäure ausgelaufen ist und dann fressen die nur die Reste? Weil, wenn die Immun sind gegen Magensäure und ich jetzt einen Becher Maden fresse, würden die mich von innen auffressen? Getrocknete Maden sind ein valider Snack, ja, aber getrocknete Maden sind tot und werden dich nicht aufessen. Die sind, die sind ja tot, die haben schon verloren. Probier's aus, okay. Okay, wir können jetzt endlich das Handrätsel lösen. Dafür müssen wir nach unten. Der pH-Wert in deinem Magentrakt ist hoch, die werden zersetzt. Und der pH-Wert sinkt, wenn ich tot bin, oder wie? So, dass die dann in meiner Magensäure baden können. Man kaut doch die Maden, also tötet mich. Ja, ich meine, wenn man sie runterschluckt. Ich gehe vom Szenario aus, ich schluck sie runter. Du ekligen Schmock. Ja, ich stelle die wichtigen Fragen. Ich bin im Kreis gelaufen, starker Gamer. Aber wenn du tot bist, produziert dein Körper doch keine Magensäure mehr. Ja, aber die verschwindet doch nicht einfach, wenn du tot bist. Die ist ja immer noch da. Die despaunt ja nicht einfach, oder? Ich glaube, Magensäure verschwindet mit der Zeit. Verdunstet wie Wasser. Ja, aber doch nicht so schnell. Ab wann fangen sich Maden durch totes Fleisch zu fressen? Doch nicht so lange, bis Wasser verdunstet. Okay. Echt? Einen Monat? So lange? Ich dachte jetzt vielleicht so schon nach einer Woche oder so. Was geht ab, Nitrado? Ich dachte eine Woche oder dann geht's ab? Die Dinge, wie wir für dich googeln. Woche sind fliegen. Okay. So, Chat. Wir haben hier ein neues Rätsel. Wir haben... Wir haben... Die Hinweise, die wir hatten, waren hier. Oder? Das waren... Diese drei Akten, die drei Akten, die drei waren das hier. Die drei lagen hier. Ich denke mal, die sind die... Die Hinweise. Und da haben wir ja diese mit Kuli nachträglich geschrieben. Move to L1, can't be left alone. Move to L1 for closer monitoring. Oder das sind einfach nur die Hinweise, wo die Armbänder sind. Behandlungszimmer. Ja. What did I miss it used to? Patient Nummer 50, 90, 130. Ne, das war ein anderes Rätsel. Das war Röntgenbilder, shit. Ne, ich denke mal, die sind die Hinweise irgendwie fürs Rätsel. Oder 130, 90 und 50. Bring mir das irgendwas. Irgendwie nicht, ne? Also hier haben wir theoretisch ja nur... Jawohl, das könnte auch alles sein hier. Boah, das ist jetzt echt schwer. Sie werden von diesen Botenstoffen angezogen, die beim Verwesen entstehen. Jedenfalls denke ich, dass vielleicht das Dauertag, glaube ich, hat, wo du stierst. Also. Kennzeichnung 301. Plötzlich aggressives Verhalten. Optische, akustische Alternationen. Derzeitige Diagnose. Was habe ich übersehen? Empfehlung. Derzeitige Therapie fortsetzen. Hä? Ey, nicht nur, dass ich ja in der richtigen Reihenfolge die machen muss. Sondern ich muss ja noch richtig drehen. Und ich habe gerade für gar nichts einen Hinweis. Vor allem was... Also ich meine, auch wenn ich jetzt herausfinde, welche Reihenfolge die kommen. Woher soll ich denn wissen, wie ich die drehen soll? Ich bin so raus. Vielleicht irgendwelche Einkerbungen? Wir haben auch keine Einkerbungen, die... Moment! Die Hand, Chat! Nee. Das sah so aus. Hier, guck mal. Der untere, der passt irgendwie voll mit den Einkerbungen. Voll gut übereinander, oder? Guck mal, und der rote ist hier oben. Ja! Okay, man muss das der Hand anpassen. Seht ihr das? Ja. Ja. Das war ja voll dumm. Also da. Die... So wie die Hand verletzt und geschnitzt ist, so passen auch die Armbänder übereinander. Aber sind jetzt die Zahlen wichtig? Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel. Für hier. Ja, jetzt ist meine Kugel gestiegen. Jetzt habe ich 100. Jetzt kommt das hier. Mit den Planeten. Und da haben wir den Knopf. Tresorknopf. Okay. Okay. I guess wir müssen jetzt hier ein Puzzle machen. Sieht aus wie eine Chimera, oder so. Schwanz wird wahrscheinlich irgendwie weiter hinten sein. Also das ist ganz hinten. Das ist wahrscheinlich ganz vorne. Wo fängt der Schwanz an? Hier fängt der Schwanz an. Nee, das ist falsch. Das kommt so. So. Okay. Jetzt müssen wir uns das merken. Das sind Chakram, Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl 21, männlich, Sonne, weiblich, weiblicher Teufel, Mond, Zelda. Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl, weiblicher Teufel, Mond, Zelda. Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl 21, männlich, Sonne, weiblich. Chakram, Stuhl, Chakram, Stuhl 21, äh, falsch. Kann ich nochmal resetten? Aber ich hab unten nur 6 Dinger. Da hinten hatte ich gerade viel mehr. Ah, jetzt kommen die Zahlen ins Spiel. Hier. 92, 45, 71. Ne 92 wäre... Mond ist die 9. 2 ist der Stuhl. 45. Ähm... 4 ist männlich. 45 ist Sonne. Und dann haben wir 71. 71 war... Zelda war 10. Äh, Zelda war 9. 8 war Mond. Also ist weiblicher Teufel die 7. Und die 1 ist Chakram. falsch. 92. Ah ne, warte. Das ist die 9. 4 ist männlich. 5 ist Sonne. Weiblicher Teufel. Weiblicher Teufel. Und Chakram. Okay. Wir haben Rooftop. Okay. Wenn mehrere Seitencover von einer Reihe ein Bild ergeben, immer Peak. Hack hat sowas. Ach, du meinst die Spielcover, ne? Stimmt. Wie Mangas, ne? Das ist cool, ja. Das ist cool, ja. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Das war cool. Ich hab zwei Spiele davon hier. Der Rätselmeister. Ja, das bin ich. Okay, wir können auf den Dachboden. Da ist dann das Finale, I guess. Und dann sind wir fertig mit dem Krankenhaus. Ich hab die Tür immer noch nicht aufgemacht da hinten. Ich hab sie aufgemacht, aber bin ich nicht durchgelaufen. Nee, hab sie nicht aufgemacht. Auffahren. Hier lang, glaub ich. Äh. Falsche Tür. Ich hab mich verlaufen. Ich bin richtig. Nee, ich muss in ein anderes Treppenhaus. Ich wollte einfach versuchen, mal ohne Karte klar zu kommen. Und bin kläglich gescheitert. Ich glaub, ich arbeite weiterhin mit der Karte. Ich laufe hier schon seit drei Stunden rum. Ich hab immer noch nicht irgendwie, nicht mal annähernd das Gefühl für dieses Gebäude. Sackgasse. Wie das hier aufgebaut ist. Gar keine Ahnung. So, und hier gibt's jetzt noch ein anderes Treppenhaus. Ach, hinter mir. Und in dem Treppenhaus geht's dann auf Dachboden. Okay. So. Abfahrt. Also im OG theoretisch hat hier noch nicht der Part geendet. Das war quasi die Mitte des Krankenhauses, ne? Circa. Mal gucken, ob hier jetzt hier auch noch irgendwie nur in der Mitte ist. Äh, Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regenet immer noch. Hab kurz mit dem Arzt gesprochen. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn's mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? Ein Junkie. Ich bin auch so cross, einfach krass lost bei sowas. Ich renne da immer kopflos rum, ja. Kritikpunkt? Das war im Original anders, finde ich. Da hatte ich durchaus ein Gefühl dafür. Hier sind sie so groß und verschachtelt, dass man kommt. Ne, also im Original hatte ich auch das Problem. Aber ich bin... Ich würde auch nicht sagen, dass ich unbedingt Maßstab... Ah! Maßstab dafür bin. Ich wusste, er kommt hier auf dem Dach. Aber ich wusste nicht, dass er jetzt kommt. Ne miese Sau. Ich bin kein Maßstab dafür, weil ich bin immer orientierungslos in Videospielen. Und im OG schmeißt er dich nicht durch so ein Holzding, sondern er schmeißt dich durch einen Zaun vom Dach runter, ne? Wie lange geht das Game? Äh, ist wohl so 15, 16 Stunden lang. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Hier war das Mädchen. Hier hat es gesummt. Und gemalt. Okay, Hasenfamilie mit einer Möhre und dann kommt der große, böse Wolf. James ist der große, böse Wolf? Laura! Okay, spitze. Gibt's gleich hier aufs Maul. Bosskampf. Gab's einen Krankenhaus und einen Bosskampf? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Luri! Da geht's dann wieder zurück. Oh! 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 Ich hab auf TikTok-Chat ein Video gesehen, wo sich eine Frau ausgesprochen hatte. dass sie darüber geredet hatte dass es Frauen gibt die Pyramid Head ultra hot finden, aber den Pyramid Head aus den Filmen und dann aber so enttäuscht waren dass er in dem Teil nicht so hot ist und die Frau hat dann irgendwie erklärt dass der in den Filmen eine falsche Darstellung ist oder so und dass das hier eigentlich dem Originalen näher ist Silent Hill Movie und das war nicht mal irgendwie so ein Joke oder so, sondern sie hat das halt so ganz normal darüber geredet ja okay was ist denn mit ihm los im Film ja okay wer ist der denn das ist der Diskurs den ich will ja wer ist der denn chill chill Pyramid Head let me solo hör einfach was passiert denn da ach das ist die random Szene das war so dumm da steht irgendwie die rennen alle in so eine Kirche oder so und dann ist irgendwie so eine Frau die ist aber nicht rechtzeitig schafft eben die Kirche oder so und dann hebt einfach Pyramid Head diese Frau einfach hoch und zieht ihr die Haut vom Körper so eine random Szene in einem scheiß Film ach so ja hier greift er gerade ja und dann brust ihr in der Haut und zieht es hier einfach so ab ja Film war Film war interessant der zweite war wild der zweite Film also der erste war noch okay und beim zweiten am Ende gab es einen Schwertkampf zwischen Pyramid Head und irgendeinem anderen Monster die haben so einen Schwertkampf gemacht und Pyramid Head hat dann die Protagonisten des Films gerettet indem er den Schwertkampf gewonnen hat okay ich bin drin hier bleib ich aber ich weiß nicht ob es eine Szene dazu gibt auf YouTube von einem Kampf Silent Hill Movie Pyramid Pyramid Head Fight das soll quasi Heather sein aus Silent Hill 3 und jetzt kommt da hier der Bösewicht keine Ahnung also was sie sich da dachten dass die Pyramid jetzt so eine Rolle geben es ist einfach so eine Heldenrolle das Team wollte wohl Silent Hill 3 nahe dem Spiel verfolgen aber Sony wollte diesen Käse ja es ist ja irgendwie also weder im ersten Teil noch das ist ja das Lustige der zweite Teil ist der beliebteste ja eigentlich so von den Spielen her das ist ja der berühmteste da kommt ja auch eigentlich nur in dem Teil kommt ja Pyramid Head vor ne also das ist ja hier quasi seine Origin und so weiter aber die haben ähm in den Spielen äh in den Filmen die ganze Zeit versucht irgendwie Pyramid Head einzubauen obwohl die Filme eher Silent Hill 1 und 3 Story mäßig so ein bisschen versuchen ne aufzubauen ja der Film war richtig gut meister der oh das ist auch aus Moji äh die Referenz da wurde äh in der Kammer war was so mit Blut hingemalt im Code die wollten die Horny Fans haben ja dann mussten die das ist ja irgendwie so Pyramid Head und die Krankschwestern äh sind ja so ein Markenzeichen irgendwie so es sind quasi die Pikachus von von Silent Hill und dass die aber nur irgendwie im zweiten Teil wirklich ne Lore Relevanz haben das ist Konami egal gewesen quasi Ratelos ja die wollten einen Film haben wo unbedingt Pyramid Head ist wo ich mich einfach gefragt habe wieso haben sie nicht einfach Silent Hill 2 verfilmt da hätten sie auch da hätten sie auch ihren Pyramid Head reinpacken können da hätten sie ihre Krankenschwester reinpacken können und alles wäre okay gewesen wieso mussten sie das in Silent Hill 1 Story reinpacken so seltsam in Homecoming kamen auch kurz vor ja ja stimmt ja das war auch irgendwie komplett sinnlos da kamen ja auch die Krankenschwestern die waren ja sogar glaube ich auf dem Cover ganz groß drauf mit so einem dicken Ausschnitt laura how do you know my name eddie told me that big fat blabbermouth laura why do you keep running away from me and how do you know about Mary I just do what's the big deal why can't you just tell me you can yell at me if I don't no I won't please just I need to know Mary's my friend we met at the hospital last year stop lying Laura I'm sorry fine don't believe me see if I care hey let go sorry Laura but I can't let you just run around this place you might get hurt hurt by what look just stay with me okay this is no place for a kid fine but there's something I've got to get it's important what is it a letter like with a fart face prank orda what I hit it in there you sure this is where you left it it's in the back behind an old pipe okay wait here Laura open the door why should I I'm a liar right want me to open it huh do ya Laura open this door right now it's the magic word Laura nope that's not it I guess I won't open it get me out of here you rat in your dreams fart face fart face poop scuff please open the door there's something in here sure there is a big lang fart face see ya fart face Laura Laura out of here oh oh uh Habe ich überhaupt damage gemacht? Habe ich mich. Musik klingt wie als er ist unterm Boot oder so, äh im Boot, in einem versunkenen Boot. Die Reaktion, Junge ich bin einfach fucking 65 Jahre alt. AIM! Ey, kommt doch nicht jemand mit dem Rücken zu mir. Der kann angreifen! Das ist neu. 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 Das. Das ist neu. Boah, so ein Wecker von Konami, wäre geil, ne? So wie bei Nintendo jetzt mit Alamo, mit ganz vielen Franchises von Nintendo, das von Konami. Dann ist da so Silent Hill dabei. Diese Stimme von Mary, die sagt, oh James, James, und wenn du irgendwie so fünf Minuten oder zehn Minuten lang dich bewegst und aufwachst, dann kommt irgendwie so Pyramid-Theme. Hat Konami so viel, Konami hat superviele Games, aber ja so bekannteste ist halt sowas wie Silent Hill, Castlevania, Yu-Gi-Oh! Okay, äh, im OG, gab's im OG eine Alternativ-Welt-Version vom Krankenhaus? Nee, oder? Gab's da eine? Doch, nee, vom Krankenhaus gab's, ne? Patient, bla, 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 Zimmer, Symptome, Hyperfokus, derzeitige Diagnose, gute Heilungschancen. Empfehlung, schrecken Sie von nichts zurück. No turning back. Bin bisher positiv auch überrascht, dass Blobber auch mal gute Spiele machen kann, ja. Ich glaub, die, ähm, nehmen auch das Wissen, was die hier gesammelt haben. Die machen jetzt momentan ja ein neues Spiel, was so ein bisschen aussieht wie, äh, Unterwasser-Deadspace. Gab's jetzt vor ein paar Tagen einen neuen Trailer dazu. Bin jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall gespannt, wie, wie das wird. Heißt das auch so? Ja, das heißt Unterwasser-Deadspace. Nee, nee, sieht halt aus wie so ein Unterwasser-Deadspace. Aber ich hab den Namen vergessen. Hab's überhaupt keinen Plan, was Konami hat. Ja, wie gesagt, Silent Hill haben die, Metal Gear haben, die Yu-Gi-Oh! haben, die Castlevania haben, die. Ähm, und früher hatten die halt super viel gehabt, ne? Und, also haben die immer noch, aber machen halt dazu nichts, ne? Äh, die waren früher halt viel, viel dicker im Gaming drin. Heute halt nicht mehr so krass. Also jedenfalls nicht mit neueren Sachen. Das Descending beginnt. Aber ja, die haben halt viel Kram, den man eigentlich vor allem von früher kennt. Bomberman, genau, Contra. Also super viel Kram, den man als Kind früher gespielt hat. Und geliebt hat. Okay, nee, das Descending beginnt noch nicht. Ein paar Stufen. Äh, okay, da fehlt mir eine Taste. Eins bin ich gerade wohl. Wir fahren, nee, jetzt, doch. Ich fang zwei. Bloody Roar gehört Konami? Chronos the New Dawn heißt das neue Spiel von Blubber, okay. Das soll wohl, glaub ich, nächstes Jahr kommen. Und das sah ganz interessant aus. Und wie gesagt, vielleicht hat ihnen ja hier so ein bisschen die Direction von Konami geholfen, dass die daraus nicht wieder... Das sieht voll sick aus, dass die hier nicht wieder irgendeine generische Scheiße machen, sondern schon irgendwie was Interessanteres. Und da jetzt ansetzen und halt jetzt ein neues Spiel machen. Mit einer neuen IP. Ja, in dem Raum erinnere ich mich. Äh, aber war das nicht ein Kühlschrank? In dem OG. Ah, jetzt kommt das Schloss. Was eigentlich hätte schon viel früher kommen müssen. Das kommt jetzt erst. Und ich glaube, im OG war hier doch ein Kühlschrank, wo man die Hilfe von Maria gebraucht hatte. Wenn ich das gerade nicht verwechsle. Ja, das Krankenhaus ist ja riesig. Hast du den Throwback zu der Kiste eigentlich gefunden? Ja, ja, ja. Ja, ja. Sieht schon ekelhaft nice aus. Uh, die haben jetzt Messer. Und jetzt sind die jetzt ein bisschen abgebrackter. Ich habe keinen Shotgun. Ich habe keinen Shotgun. Nee, einen Hut hatte ich den ja auch schon vorher gehabt. Gab es später nicht so ein Gebiet, wo du so drehen konntest? Drehen? Dann hast du wahrscheinlich die Pachinko-Maschinen von Konami. Die sind hier noch nicht vertreten. Also es gibt Silent Hill Pachinko, aber in Japan nicht bei uns. Okay, da sind die wieder mit den Rohren. Ganz normal. Okay, das ist ein Spiel. Die Sirene oder was das auch immer war, klang wie als würde jemand draußen vor der Tür stehen. Und gerade mit dem Auto hupen oder so. Ich warte mal auf die. Boah, aber die Beleuchtung sieht echt sick aus. Junge, das klingt wie, als wäre es draußen. Das machen wir nicht fertig. So Majora's Mask-like auf dem Kopf, wo da verwechsel ich da was. Äh, nee, ich glaube, das war dem fünften Teil. Ich wollte noch rauslaufen. Fünfter oder sechster war das. Wo man so ein Gefängnis drehen konnte. Diese beiden Gegner, ne? Wie die ekelhaft immer so in den Ecken stehen. Loch. Diesmal will James seine Hand nicht reinstecken. Bei mir verschwimmen die Teile alle irgendwie ineinander. Ach, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, der drehende Kopf. Ja. Jetzt weißt du, was du meinst. Ja, genau. Ja. So einen kleinen, äh, Würfelraum, den man drehen muss. Ja, ich erinnere mich. Aber das kommt später. Homecoming to the room, weil es gerade am Downpouring ist. Ich denke mal nicht, dass ich hier ne Karte habe. Ich hab hier ne Karte, lol. Okay. 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 Danke, dass wir folgenden Ketten und die Ketten geben uns dann immer Hinweise zu den Da war jemand ganz schön schnell. Seit wann könnt ihr so schnell laufen? Der ist einfach kurz durchges... Giberit, Alter. Das sind doch schon wahrscheinlich so fucking Beine, die wieder irgendwo rumstehen jetzt. Habt ihr das gehört? Das klang, als wäre jetzt nach links gelaufen. Boah, es gibt die Toilette in Silent Hill. Das wäre echt stark. Hier ist die Kette. Hier endet sie. Ah ne, sie macht hier ne Pause. Sie ruht sich hier kurz aus und dann geht sie hier weiter. Ne, sie geht hier in den Boden rein. Und da geht sie weiter. Okay, aber ich könnte auch hier durchs Fenster springen. Skibi die Toilette in DBD als Killerjunge. Das wäre so cool. Äh, okay. Äh, okay. Äh, ne Uhr. Da geht die Kette rein. Aber wo sind die Beine, die weggegelaufen sind? Hier kann ich ne Wand kaputt machen? Junge, aber ich hab echt viel Munition von dem Boss verbraucht, oder? Irgendwie so 10 Shotgunschüsse und irgendwie so 30, 40 Pistolenschüsse. Das war echt viel. Hier ist noch ne Wand je kaputt machen kann? Doch nicht. Das ist wohl ne Referenz ans OG. Ich erinnere mich aber nicht, was das darstellen soll. Kann sich jemand von euch daran erinnern, was das darstellen soll? Ne Wand mit Händen. Ich hab gerade wieder jemanden laufen gehört. Da, wo es die Trockenzellenbatterie gab, da war im OG auch ne Wand mit Händen. Boah, erinnere ich mich gar nicht. Vielleicht hab ich die übersehen beim Replay. Oder die war nicht für mich einprägsam genug. Okay, hier haben wir Code Nummer 1. James? Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaub. Okay. Muss ich jetzt die Anzahl der Pillen bemerkt. Sechs Pillen. Schau wie das Licht ausgeht. Eins, zwei. Ist das auch ein Code? Das ist alles Zahlen, die Pillen, die Stunde, das Licht. Ne, für Glory Hole ist glaube ich ein bisschen zu hoch. Für den Gebenden und auch für den Nehmenden. Okay, sechs Pillen. Es flackert zweimal. Und vorne steht eine Eins. Ein Jahr. Dann sechs Pillen. Dann brauchen wir die laute Stunde. Vielleicht null Uhr. Zwölf Uhr. Null Uhr. Also haben wir eins. Sechs. Eins, sechs, null, zwei. Ach, da ist die Uhr. Aber was ist jetzt die laute Stunde? Du musst jetzt herausfinden, in welchem Jahr jede Pille hergestellt wurde. Also bei der Uhr sehe ich jetzt keine laute Stunde. Wir können uns nochmal die Uhr genauer anschauen. der Zeiger hat vorher vielleicht auf die sieben oder acht gezeigt, bevor er so nach außen gebogen wurde. Vielleicht ist sieben oder acht die laute Stunde. oder sechs. Okay, ja, probieren wir mal aus. So, wo ist die Kette? raus. Nichts. Mama? Hilfe? Ach, ich kam von oben. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Wenn du deine Hand reinsteckst, triggerst du den Skibbity Toilet Boss, wenn du den einen Hocker hast. Ja, ich denke mal, den machen wir lieber im New Game Plus. Der ist zu schwer. Okay, ich kann jetzt nicht zurück zur Kette laufen und meinen Code probieren. Sondern müssen wir das erst mal merken. Oh, da komme ich hier lang. Ah, hier. Hier bin ich hochgeklettert. Smart. Hier ist die Kette. Und das ist welches Schloss? Das ist das runde Schloss hier. Also, ein Jahr. Sechs Pillen. Die laute Stunde probiere ich mal sieben Uhr. Und das Licht ging zweimal aus. Nee. Acht Uhr? Sechs Uhr? Zwei Uhr. Okay, die laute Stunde ist zwei. Gut, dann haben wir die Kette erledigt. Aber die verschwindet leider nicht, ne? Okay. So, dann haben wir die zwei Ketten noch. Die eine Kette ist hier mit so mit Haken noch dran. Du kannst an der Uhr noch was machen, deswegen. Echt? Braucht ich dafür ein Item? Ich konnte nichts damit interagieren. Hättest du mit der Uhr interagieren können? Ja, ich, wenn ich darauf interagiert habe, hat er nur die Sicht näher angeschaut. Aber ich konnte da nichts klicken. Und ähm, Dings. Dankeschön. Vier elf Monate. Junge, was ein geiler Whirlpool. Da stand noch benutzen. Oh, ich bin blind. Das blubbert aber richtig geil hier, Alter. Ja, hab's auch so gelöst. Bruteforcing. Bestimmt gut für die Haut, ja. Krankenswälder. Krankenswälder. Halt doch runter jetzt! Die fällt einfach nicht um, Mann. Ich weiß nicht. Äh, wo ist was im Schrank? In welchem Schrank liegt was? Schrank? Ach, hier. Schuh. Ich vergesse manchmal, dass ich die Gläser kaputt machen kann. Junge, das, allein dieses Krankenhaus, ne, ist länger, nicht länger, aber ist genauso lang wie das ganze OG-Game. Da hab ich ihn. Hier hat er sich versteckt. Den hab ich besucht. Ja, das sind die schlimmsten Gegner, ne? Die, die sind immer so platziert, dass sie die Jumpscaren. Das sind einfach die Jumpscare-Gegner. Alle anderen Gegner sind immer offensichtlich platziert, nur diese nicht. Oh, hier blubbert's auch. Das ist unser Crafting-Spot. Hier machen wir gleich Heal-Pots. Ich brauche nur noch Minze. Und dann können wir Healt-Tränke brauen. Okay, ne geile Spritze. Ja, ich will Traube-Münze machen. Das heilt mich. Traube hab ich schon. Mann, schlucki. Du kannst ja Uhr auf zwei drehen, dann schlägt sie und es tauchen viele Gegner auf. Ah, dann hab ich ja alles richtig gemacht mit meinem Brute-Forcing. Viele Gegner fühle ich jetzt gerade nicht so. Okay, gehen wir runter oder hoch? Runter geht nicht. Dann gehen wir hoch. Ah, die Kette geht auch nach oben. Ne, die Kette geht nach unten. Aber viel Loot. Ne, die droppen ja nichts. Ja, da sieht's eklig geil aus, Mann. Ich lieb's. Ist geil. Bin angewidert. Oh, wie wir tanzten. Die Arme in der Luft, die Körper in perfekten Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von uns, von beiden, die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd durchdringend. Und dann blieb sie nur noch still. Okay, ist das, äh, ein Code? Ich denke nicht. Ah, das kennen wir doch. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Moin, Meister. Alles gut hier. Oh, nice. Gewaltinstrument, einfach. Chat, der sagt hallo. Okay, ins Auge brauche ich Ihnen was anderes. Ein anderes Gewaltinstrument. Sparen wir mal kurz noch ein bisschen Pistolenmunition. Und wir holen mal was effektiveres raus. Hey, wie ist, wie ist die weg? Komm raus. Kleine Maus. Was ist da passiert? Wieso hat ihr das einfach geblockt? Hä? Oder habe ich sie daneben geschossen? Das war doch voll drauf. Hat die irgendwie eine Stahlrüstung oder so? Wow. Ich bin tot. Ich bin tot. Schnell halten. Junge, der hat mich fast getötet. Was ist da passiert? Wieso war der so widerstandsfähig? Diese krüllen Beine. Wo kamen die scheiß Beine jetzt her? Wahrscheinlich stand die wieder hier so um die Ecke. Alles, was so anfest geht, kaputt. Hey, Lüge. Ich spiel das zum ersten Mal, ja. Ja, hier sind echt viele Gegner. Das stimmt wirklich. War ich da in D3 nicht drin? Doch, da war ich doch grad drin, ne? Äh, mir fehlt irgendwie ein Item. Fürs Auge. Für die Puppe. Irgendwas fehlt mir. Entweder ich bekomme das woanders, oder... Ich hab was übersehen. Ich war hier halt echt viele Gegner für nichts eigentlich. Ach, hier. Okay, da geht's nach unten. Da ist auch die Kette. Da machen wir mal kurz Shortcut auf. Und ab geht's. Ah. Schon wieder Leiterhöhle. Bläh. Da platzt, da platzt, da platzt, da platzt, da platzt. Aber ja, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite, ne? Ja, hier ist jetzt alles ein bisschen gefährlicher. Unter anderem auch mehr Gegner. Schon fast zu viele Gegner. So. Der war wichtig. Der war, der war fürs Gefühl. Da steht einer. Lol, jetzt hab ich die Beine gesehen. Diesmal wird er mich nicht jumpscaren, die miese Sau. Ich hab mich vor dem Ventil hier erschreckt. Da stehen die Beine. Und die greifen mich an, die Beine. Junge, das lief ja so scheiße. Ich hatte den ganzen Raum, ich hatte die Übersicht über alles. Ich wusste, wo wer steht. Ich hatte nen Plan. Und mein Plan war scheiße. Ja, ich seh dich, Kollege. Mannequin einfach ein Meme geworden, natürlich. Wir haben schon halb elf? Hab ich nicht gerade angefangen zu streamen? Schon halb elf? Ah, okay. Dann führen wir mal eine Lobotomie durch. Das ist so schwierig. Lass ich dafür wieder die Leiter hoch? Ich kann ja zusammenschneiden, wie oft er sich vor den Beinen erschreckt hat. Das ist zu viel. So, dann gehen wir zur Puppe und dann denke ich mal, krieg ich jetzt nen Code? Oder nen Hinweis für nen Code? Ne, ich krieg nen Schlüssel. Lapisauge. Äh, ein mit Lapislazuli verzierter Schlüssel. Er war im Inneren der medizinischen Untersuchungspuppe. Oder bei der Kettenbox gibt es einfach ein Schloss, was nur mit nem Schlüssel geöffnet wird. Mit dem Lapis-Schlüssel. Äh, Panda! Dankeschön! Für 33 Monate. Vielen, vielen Dank! Hi! Ja, mit dem kann ich jetzt meine Waffe verzaubern. Vielleicht an der Box drei Schlösser. Damals habe ich eins mit Schlüssel, meine ich. Vielleicht, ja. Vielleicht muss ich wirklich eins mit Schlüssel auch machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal! Ja, deshalb geht die Kette auch nach unten, weil man nach unten dann mit der Leiter klettert. Wahrscheinlich. Was war das für ein Geräusch, Alter? Was war das für ein Geräusch, Alter? Ich muss jetzt die ganze Kiste hier durchschieben. Die eine. Ich habe schon wieder dieses Sound. Ich habe doch irgendwo eine Kiste, mit der ich hochgeklettert bin. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Geh, warte. Nochmal Analyse. Also. Die Kette geht da rein. Ist das dieselbe Kette? Das ist dieselbe Kette. Die hat auch so Haken. Da drin. Der ist irgendwie in der Mitte, ne? Kleinen Duschen oder so. Du konntest ja eine Tür öffnen, konnte ich das? Was meinst du, die hier? Ja, da geht auch der Ding ins Reine. Ja, wo kriege ich nur den Schlüssel dafür? C5 ist auch zu, aber ich denke mal C5 wird später dann eher Shortcut sein. Da oben bei L2 ist noch irgendwie, sieht so aus, als wäre das ein Eingang. Ah ne, das ist wahrscheinlich da, wo der Schrank vorsteht, wo ich nicht durchkomme. Als du vorhin dachtest, du kannst nicht mehr zurück, um deinen Code zu testen. Und was ist da? Der kann den Schrank halt nicht wegschieben. Der kann den Schrank halt nicht wegschieben. Das steht so in Schiebekasten. Ja, aber den muss ich auch nicht bis hier hin schieben, oder? Und ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Ich weiß nicht mal, wo der war. Warte, warum hier? Und mir fehlt halt hier nochmal ein Knopf. Vielleicht habe ich unten was übersehen? Nein, aber hier war nichts eigentlich, hier war nur der Speicherpunkt. Wo habe ich was übersehen? Drei kann ich nicht anklicken. Vielleicht war da unten im Keller, wo ich gerade dieses Lobotomie-Werkzeug gefunden habe. Vielleicht war da ein bisschen mehr. Weil ich bin da so direkt abgehauen. Ich habe halt diesen kleinen Pickel bekommen und dachte mir, okay, ich bin fertig und bin direkt abgehauen. Habe mich gar nicht rumgeschaut. Vielleicht war da noch was? Vielleicht? Äh, aber ich habe keine Ahnung, ob ich da hingekommen bin. Aber True, wo ist eigentlich der Shit, wo ich voll geklettert bin? Ah, hier! Oh mein Gott! Diese Wände! Ich vergesse immer diese Schlitze. Dass ich mich danach immer umschauen muss. Junge, hier schlabbert es aber richtig einen ab. Was habe ich verpasst? Äh, wie ich rumgeirrt bin. Junge, in den Rücken rein! So. Kannst du den Schrank bitte wegschieben? Über die Leiche! Huch! Versteckt! Keiner wird das herausfinden, dass ich hier jemanden umgebracht habe. Wir machen kurz Hitman. Ja, hier ist er zum Schieben. So, sonst ist hier gar nichts in der Dusche? Doch. Doch. Schränke? Nö! Okay. Hier ist eh niemand, wen er stört. Äh, Pyramid Head, hallo? Mit dem willst du keinen Ärger haben. Das ist quasi hier der Hausmeister von Silent Hill. Oh! Mit 무엇! Das ist wirklich so? Deinem, was ihr nehmt sind, war es ja nicht. Und das ist jetzt sogar ein Blitz. Oh! Ich bin auf der Shotgun. Noch einer. Oh mein Gott. Jetzt geht es aber ab hier. Ich renne. Das ist ein Zettel. Ich muss sie töten. Ich muss mich hier umschauen. Das sind Zettel und Items und Liebe. Hey, nächstes Foto. No one knows. Diese dumme Sirene, ne? Rande, 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 rande. Die Schläger auf dem Kopf sind auch so nice, ey. Äh, Direktor's Office. Ah, okay. Homerun, ja. Es fühlt sich so geil an, ins Gesicht zu schlagen. Er ist wieder hier. Schaut mich an. Start. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Nein, ich will nicht. Okay. So, wo ist der Beinemann? Könnte ich hier reinkommen, ohne Probleme mit dem Beinemann zu haben? Und mich umzuschauen wegen Heilungen, Items, da ist er. Wie soll der reagieren? Ich war friedlich gestimmt. Ich wollte nichts tun. Geh, Emission. Alter, sind die geil. Okay, die sahen grasse aus, werden die so perfekt rund, die Waschbecken. Oh, scheiß oval. Unbefriedigend. Wer macht schon ovale Formen? Ja, doch, hat sich gelohnt. Nochmal zurück zu gehen. Hat sich gelohnt. Friedlich gestimmt mit der Pistole draufgezählt. Ja, das geht nicht anders. Ich muss ja mit der Taschenlampe dahin leuchten. So, Büro, Büro, Büro war ich hier, glaube ich. Okay, ich sollte die Karte benutzen. Nee, warte, hier. Aktion, Reaktion. MTX, Mann. Zehn Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Kuss. Dankeschön für deinen Support, Mann. Danke, danke. Löwe. Okay, da kommt einfach gar nichts. Das ist schon mehr als Löwe. Das ist eine Chimera. Löwe mit Schlange und Skorpion. Oder so. Da ist ein Schmerz vorbei. Da ist Schmerz vorbei. Ich habe es nicht gewendet. Auf der Rückseite stand bestimmt der Code. Das Blut auf dem Tisch sieht aus wie eine 3. Das stimmt. Ich habe gerade von hier aus geschaut und dachte mir, wieso steht da ein M? Aber jetzt, wo du es sagst, das ist eine 3. Das ist kein M. Da versucht er irgendwie ein Code rauszuhören. Boah. 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 Nice. Ja, gehen wir mal hoch, ne? Ich kann mir vorstellen, dass 3 jetzt nicht unbedingt direkt ein Code ist, sondern 3 ist, da kriegst du die dritte Zahl raus für den Code. Autosave. Jo, was ist denn hier los? Okay. Ich lasse mal Knöpfe drücken. Boah, die Musik. Boah, die Dead by Daylight Musik. Boah, Spritze stark. 0050 war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich das überhaupt überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Und woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding einstellt? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. Ja, ich muss herausfinden, wie das Ding wahrscheinlich funktioniert. Und das finden wir hier heraus. Wir müssen der roten Nudel folgen. Die roten Nudel geht noch da hin. Okay. Dann ist hier vielleicht ein Loop drin. Nud. Das ist einfach nur ein anderer Weg in den Raum. Was war das für ein Schuss? Oh, da ist einer. Komm schon, ich hasse die Gegenwart. Ich hasse die Viecher. So. Testosteron, rein da. Jetzt bin ich in Boxlaune. Das Rohr wird weggeworfen. Ich boxe jetzt mit meinen Fäusten drauf. Boilerei! Moin. Die lebt noch! Die lebt noch! Lebte! Vergangenheitsform. Nochmal sicher. Ah, hier. Nicht mal eine Animation für Knopf drücken. Das geht einfach an. Man muss halt ein bisschen auch sparen bei der Entwicklung, ne? Der hat sich nicht mal gebückt oder so. Gar nichts. Telepathische Fähigkeiten. Der James. Ich werde nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Ich weiß nicht mehr wie. Ich habe das Gefühl, ich habe dort einiges übersehen. Wir gehen da nochmal kurz hin. Ich habe da nicht ganz, äh, nicht alles genau angeschaut. Vielleicht liegt da noch irgendwo eine Heilung in der Ecke oder so. Ja, hier ist noch Munition. Ey, krautiger Krautsalat. Was geht ab, Mann? Boah, jetzt so einen geilen Krautsalat? Jetzt generell essen. Ich werde mir heute Kürbissuppe von gestern gönnen. Ich habe gestern zu viel Kürbissuppe gemacht. War das richtig? Ah, so einfach ging mir den letzten Code. 9659. Okay. Dann war die blutige 3. Nicht relevant. Ist einfach nur zufällig. Dass es aussieht wie eine 3, das Blut. Vielleicht? Du darfst nichts essen, doch. Darf ich? Bist du mein Arzt oder was? Äh, äh, oh, fuck. Verklickt. 9, 6, 9, 5. War das nicht 9695? Bin ich dumm? 9, 6, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 5, 9. Ich hatte Kürbissuppe zuletzt im Kindergarten, habe sie nicht gemocht und mich dann nie wieder an Kürbissen gewagt. Schade. Ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur eine Gemüsesuppe. Mit einem... Mit viel Kürbis, aber ansonsten... Das ist der One Piece. Das wird die Strohhutbande auch am Ende finden. Eine leere Kiste. Die Tür mit der Hand. Die war im Original woanders. Die werden genau so schauen, ja. Credits. Und am Ende. Die war irgendwo oben, in der Nähe von einem Fahrstuhl. Ah, das ist der Knopf. Für den Fahrstuhl. Aber wir kommen hier noch weiter, wie es aussieht. Wir brauchen hier zwei Ringe. Genau. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es nur, ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücken gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen und hässliche Leichen sind ihre Sünden. Sie vernichtet Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie retteten mich. Sie ist ein Engel. Okay, chill. So, wo ist der Fahrstuhl? Du wolltest gerade auf meine Frage antworten, aber das Rätsel hat dich unterbrochen. Wollte ich das? Was hast du gefragt? Ach, Umzug. Nee, äh, wir sind noch nicht durch. Also, die Wohnung ist fertig, aber wir müssen noch da einziehen. Und das wird nächste Woche passieren. Ja, das ist kein Rieses. Was ist ein Viget? Was ist ein Viget? Was ist ein Viget? You know the answer? Well, you better hold onto it. You never know when it might come in handy. Now, onto the second question. Follow Sanders Street heading east and further onto the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachmann Road. Two, Munson Street. Ich habe alles vergessen. Ich habe keine Ahnung. Also die Straße können wir uns einfach auf der Karte anschauen. Aber ich habe die Straßen vergessen, gerade wie er aufgezählt hat. Eins, zwei, drei. Und die anderen Infos, die haben wir halt letzte Woche Freitag bekommen. Und ich habe halt keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Ja, kannst du mir gerne die Antwort geben. Bevor ich jetzt die stundenlangen Notizen von letzter Woche durchlese. Zwei, drei, eins. Schon wieder hat der Schuss nichts gemacht. Das war doch nicht daneben. Die Kiste steht im ersten Stock. Da kommst du, glaube ich, gar nicht mehr hin. Ja, aber ich kriege doch den Code erst hier. Ich muss doch jetzt nach hinten noch hinkommen können. Chat, fünf Euro, wenn ihr das ableckt. Würde. Wo kam ich denn her? Hier? Wo habe ich denn da eine Kiste übersehen? Im ersten Stock. Da gab es sogar keine Räume, die ich betreten konnte. Fünf Euro mache ich alles. Die kommt noch? Was denn jetzt? Nee, hier ist die. Okay, nice. Bisschen Patronen, bisschen Munition. Der Raum ist jetzt offen. Der war vorhin zu. Und jetzt nach dem Rätsel öffnet sich der Raum. Okay, cool. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was, also im Original gab es das Rätsel auch im Fahrstuhl, aber ich weiß gar nicht, wofür der dort benutzt wurde, der Code. Schlammerei, warst du umsonst? Für dasselbe, okay. Hatte ich das bei meinem Replay geholt? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich dort irgendwie das direkt wusste, weil wir das am Stück gespielt hatten und ich wusste die Fragen sofort, die Antwort. Da musste ich nicht irgendwie suchen. Äh, im OG war Maria dabei. Ja, bei im OG ist alles ein bisschen anders gewesen. Im OG musste man ja auch nicht dieses Rätsel mit diesen Ketten lösen, sondern im OG ist man da ja runtergefahren und hat den Kühlschrank zusammen aufgehoben. Da war schon die dabei. Glaub tatsächlich nicht, weil man wieder hier nach Original auf unserem normalen Weg noch dran vorbeikommt. Okay, ja, weiß ich nicht mehr. Ich hab Mock verstanden, warum jetzt Mocki? Äh, keine Ahnung. Pilz, lol. Jetzt auch nicht. Vielleicht gibt's hier den Kühlschrank in einer anderen Form. Vielleicht muss ich am Ende mit hier auch irgendwas anderes hochheben. Kein Kühlschrank, sondern irgendwie eine Luke öffnen oder so. Das ist ein Kühlschrank, sondern irgendwie ein Kühlschrank in einem Kühlschrank in einem Kühlschrank in einem Kühlschrank in einem Kühlschrank. Und dann geht's hier auch mit dem Kühlschrank. Und dann geht's hier auch mit ihrem Kühlschrank in einem Kühlschrank in einem Kühlschrank. Dachte er, kann sich da verstecken. Geht nicht. Dachte extra Loot. wer schlotzt da rum ich glaube das ist einer der explodiert es trifft mich es trifft mich der war besser nein weil er nicht weil ich weiß dass ich bin nämlich der trailer bei gewesen okay ich habe den trailer aufgenommen für konami wahrscheinlich was hier anschießen rein da ich habe shotgun munition die musik hat aufgehört ich traue mich nicht weiter vorne zu laufen da ist direkt um die ecke irgendwie beine gegner kannst du irgendwie zu mir von alleine kommen so hat sie aber auch so geil weg alter ich habe gar keine ahnung man ich höre nie wieder auf ab jetzt durchgehend stream bis ich sterbe das wird mein letzter stream sein wäre das eine coole streaming idee so lange bis ich sterbe hat das jemand schon mal gemacht wäre ich der erste nein verdammt es wird schon einfach alles gemacht ne du kannst einfach nichts neues zu finden jede idee wurde schon gemacht ja ach der erste ring kupferring ach da ist sie ja james mary oh mary ich dachte sorry ich bin glücklich dass du hier bist nie ich mach keine new game plus run was heißt ich bin fast tot da ich bin nie so schrecklich ich bin nie so schrecklich in meinem ganzen Leben ich bin nie so schrecklich alles was du wirst ist die totale Frau von dir wirst du nie mehr wirst was du wirst nein ich bin mit mir nie nie ich bin du solltest mich ausziehen ich bin hier also was über Laura hast du sie gefunden? ja ja aber sie fuhr was? wir müssen sie finden ja du äh ich meine es nicht ich meine dass sie ähm so in meinem Arm geht und so in meinem Abend so das ist das ist so körperlich war keine ahnung dass sie halt so ihr gesicht an seine schulter gelegt hat die normal mit hat so das war doch neue top-emoji gar nicht oder? physical doch glaubts schon kann ich mich nicht erinnern übergriffig mary maria So, jetzt können wir gemeinsam den Kühlschrank hochheben. Abfahrt! Wo geht's nicht? Hamsch! Was zur Hölle ist das? Was? Was weißt du? Ein Strahl in der Reine? Wie romantisch. Maria? Was sagst du? Was sagst du? Ich versuche, Dinge zu leben, James. Ein Mensch, okay? Ja. Boah, das ist ein tiefer Pool. Hier Ringtauchen? Berufeslich anfassen sollst du. Ja, der hat doch irgendwie sowas gesagt, dass das Anfassen dienstlich war. Ich glaube, dann bin ich der nächste Ring, nachdem getaucht werden muss. Ja. 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 Ich bin so gespannt. Wie schön ist es? Hier, wie soll ich es nehmen? Danke. Also, wo jetzt? Komm schon. Ich glaube, ich weiß, wo die Ränge gehören. Ich habe vergessen, wo die war. Ich glaube, ganz unten. Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind. Denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick. Vor allem, wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Ich bin die Definition von Minus-Aura. Du hast schon automatisch eine Grundaura, weil du hier bist. Da. Wo war die Tür nochmal? War doch Minus-Eins oder nicht? Ich bin doch noch in Minus-Eins, oder? Okay, ich bin irgendwo komplett Neues. Äh. Cooler Raum, I guess. Aufzug und dann wieder rein. Sorry. Bin ich dumm? Ach, wir sind jetzt hier. Ach, wir sind jetzt hier. Da, wo auch die Box war. Das war ja in 1. Ich bin in 1. Ich darf nur noch 2 fahren. Woche聽ur und Da, wo warm ist also mein Liebnis. Im schlimmsten Sommer aus dem mansion Hier ist zu blühen. Süner S직-Eins. Hier ist noch deruschkoll. Ja, meine aller slice there ist ein Carolina-Wasser. Im schlimmsten Zeit irgendwo. Ich bin eine Architekante. Ich macht natürlich auch mal wieder. Am einen des sieben Wasser. Und Mal der�mer Klingel. Ah, hier. Was, James? Was ist falsch? Wir gehen einfach raus, okay? Ja, machen wir jetzt. So, ich bin gespannt, wie die Szene jetzt sein wird. Wenn jetzt das kommt, was ich denke. Was ist falsch? Ich dachte, du wolltest raus rauskommen. Ich weiß. Ich weiß, es ist nur... etwas, das nicht richtig fühlt. Komm schon. Es wird alles gut sein. Hey, Keith, was geht ab? So spät noch am Start? Ja, die Belichtung im Spiel ist echt schön. Metapher-Sucht gefangen, oha. Wie viele Stunden hast du schon? Ich werde es gleich nach dem Stream spielen. It is done. Sick no more. Keine Krankheit mehr. Wie viel war es? Stunden? 72, Junge. Du bist ja komplett versunken. Und sagst du, es ist eine 10 von 10? Das ist schon top, ja. Wie viel, in wie viel, in wie viel, in wie viel innerhalb, äh, innerhalb wie viel Tage hast du diese 72 Stunden gespielt? Soll ich auf RUN! Hier läuft man ja richtig weit. Die Animation ist so scheiße, holy shit! Da, ein Elevator! Nein! Komm, schnell! Drei! Ja, und das ist eines der großen Änderungen zum OG. Im OG war das hier ein Kart-Teil. Da ist dann James mit so einem Go-Kart abgehauen. Die Szene hat irgendwie im OG mehr gecatcht. Ja, im OG hatte Pyramid Hattie so eine dumme Animation gehabt. Und da muss es nicht irgendwie so zickzack hin und her laufen. Das war ja nur ein Gang. Ja, ich weiß nicht, was die mit Pyramid Hattie Animation gemacht haben. Das sieht so scheiße aus. Ich verstehe es nicht, wieso sie dazu entschieden haben, das so zu animieren. Ich check's nicht. Die können doch nicht... Das kann doch nicht deren Ernst sein. Die haben doch nicht das gemacht, sich angeschaut, wie er sich bewegt und gedacht, boah, das sieht richtig gut aus. Das kann doch nicht sein, dass ein Haufen von Leuten das gemacht haben. Und alle gemeinsam gesagt haben, das ist cool so. Check ich nicht. Äh, weiß nicht, ob sie im OG mehr geschrien hat. Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall im OG kein Blut gehabt, meine ich. Ja, hier hat sie ja gar nicht geschrien, ja. Das ist halt ein Stich. Sieht halt aus, als ob sie rückwärts laufen lassen und spielen es vorwärts ab. Ich finde, das sieht aus, als hätten die nur für eine Geanimation und keine Laufanimation für ihn gemacht. Und damit er halt trotzdem schnell ist, damit du halt panisch weglaufen kannst und es immer gefährlich ist, dass er dich jeden Moment einholen könnte, haben sie einfach seine Geanimation vorgespult. So sieht das aus. Aber wie ich schon letztes Mal gesagt hatte... Schlüssel fürs Krankenhaus. Wie ich schon letztes Mal gesagt hatte, ähm... Das Spiel ist ja kein Billo-Indie-Game. Das ist ja schon ein Triple-A-Ding, ne? Das heißt, wenn die sich für diese Animation entschieden haben, die er da macht, ist nicht irgendwie, weil sie Budget einsparen mussten oder so. Oder weil sie keine Zeit hatten oder so. Das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem hier und dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildung. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Meinen Sie mit Welt diese rostige, ranzige Welt? Und wenn ja, wieso flieht er dort freiwillig? Idiot. Maybe nicht erwartet, dass man das von hinten schaut. Das ist ja nicht nur jetzt hier, das ist ja auch ein Bosskampf gewesen. Letzte Woche, als wir den Bosskampf hatten. Da war das auch so, da hat er sich auch so komisch bewegt. So ruckartig und schnell. So ruckartig und schnell. Porten wäre gruseliger, so mehr zucken. Nee. Schweben. Wieso schwebt er nicht? Wieso schwebt er nicht? Ich finde, man hätte die... Oh. Jetzt ist komplett Silent Hill so. Ich finde, man hätte die Szene halt, wo er man gerade also wegläuft vor ihm. Entweder so machen müssen, dass er ganz normal langsam geht, aber du halt unterwegs irgendwelche... Also wenn man das ins Gameplay mit einbindet, dass du dann irgendwelche Sachen hast, die du irgendwie wegmachen musst, irgendwie wegschieben musst vielleicht. Und dann siehst du, wie der dir immer näher kommt oder sowas. Keine Ahnung. Sowas hätte ich, glaube ich, eher gefühlt als das da. Genauso wie beim ersten Kampf. Hätte ich auch cooler gefunden, wäre das in einem kleinen Raum gewesen. Und da wäre es nicht einfach nur weglaufen und warten, sondern auch irgendwie ein bisschen mehr mit Geschicklichkeit. Sodass man sieht, wie er auf dich langsam zugeht. Bedrohlich. Was. 都inha sicher. Early. Los geht's, empire. Laden. Sind die immer in der Richtlinie. Loves. Bonus. Das war j5000erä. Geheío! Ich hatte es irgendwie nicht gestört. Das ist mir auch null aufgefallen. Also ich finde, das ist das Wichtigste. Da muss man ja am ehesten drauf achten. Das ist Pyramid Head. Das ist das Pikachu von Silent Hill. Also wenn man den verkackt, dann... Ist mal ein Loser. So, ich hab's gesagt. Loser. Käfer! Was mach ich hier? Ich will hier gar nicht sein. Leckt mir meine Eier. Lauf ich gerade zurück? Ich lauf zurück, oder? Ich hab Kreis gedrückt. Was ist doch da durch? Habe ich da was übersehen da drin? Das einzige... Scheiß Beine. Käfer, Käfer. Ach, hier nicht irgendwo Scheiß Beine? Wo ist er hin? So, ja, hier muss ich lang wirklich. Boah, aber wie lange habe ich jetzt für das Krankenhaus gebraucht? Irgendwie vier Stunden oder so, oder? Imagine, wir hatten das letzte Woche noch weiter gemacht. Und ich hätte noch das Krankenhaus durchgezogen. Boah. Das war irgendwie halb eins oder so, als ich gesagt habe, sollen wir das vielleicht nächstes Mal machen? Und ich habe auch jetzt gerade nicht großartig irgendwie gestruggelt. Ich bin nicht gestorben. Ich musste nicht irgendwie... Bin nicht lange rumgeirrt. Ich hatte eine kleine Passage, wo ich kurz rumgeirrt bin. Aber das waren auch irgendwie so vielleicht fünf Minuten rumgeirrt. Und trotzdem hat es so lange gedauert. Ich denke, dass ich... Äh, äh, ich schiede immer noch. was war was nach wegen dem lauten sound ja der war ich sehr laut ja also langsam aber sicher also es ist alles sehr cool gemacht und so aber ich finde die länge und die größe hätte ich nicht sein müssen ich finde das ein bisschen too much das krankhaus auch unnötig aufgeblasen ich meine es ist nicht so dass wir mich irgendwie das krankenhaus genervt hatte ich habe jetzt nicht die langweile verspürt oder so ich hatte trotzdem spaß gehabt aber ja ab einem zeitpunkt habe ich mich so gefragt wieso eigentlich was bringt es mir jetzt mehr was ist jetzt der mehrwert dahinter und ich habe keinen für mich jetzt fühlt sich teilweise an wie villa und tron dankeschön für fünf subs viel vielen dank dankeschön 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 für legende vielen vielen dank mehr spiel fürs geld ich weiß nicht genau was du meinst ging wirklich ach so nein ich weiß genau was du meinst ja es gibt irgendwie so keine progression so im gameplay du läufst du läufst im krankenhaushalt rum vier stunden lang kriegst so ab und zu mal kleine lore fetzen und dann tötest du quasi halt die drei gegner immer und immer und immer und immer wieder ok wo bin ich wieder hier lore fetzen und das mal renne ich durch ane ich muss die töten jetzt kann ich ja das ding nicht schieben da war halt das original leicht wirklich vom vom pacing und meine die gesamte nehmen allein schon sowas hier wieso müssen jetzt drei gegner sein hätte nicht einer gereicht so drei das war jetzt nicht mal irgendwie challenging oder so die haben jetzt nicht irgendwie zusammen irgendwie mich angegriffen ich hatte nicht irgendwie super engen platz oder so musste viel deutschen oder so sondern das sind einfach drei gegner die verteilt weit auseinander stehen und du jeden an einzeln normal machen kannst dann hätte man auch einfach ein machen können und im krankenhaus war das auch teilweise einfach also teilweise sind die gut platziert dass du wirklich dann so einen so einen engen raum hast und dann sind da super viele gegner und du musst irgendwie weglaufen schießen und so ein bisschen resi mäßig aber dann wieder super viele räume wo du einfach ein gegner nach dem anderen einzeln töten muss sagen mir sind das auch zu viele gegner teilweise mag es eigentlich wenn man sich auch mal in ruhe umschauen kann und nicht jedes mal 20 gegner killen muss gegner sind definitiv zu viel und es wird nicht besser das hat mir teils auch etwas die atmo vermisst resi sagt man braucht mehr gegner so ja aber resi ist ja auch ein action game und bei resi ist die masse an gegnern sehr trotzdem sehr gut gemacht weil bei resi zum beispiel jetzt diese wellen an gegnern die kommen und so die sollen ja die die sollen ja dieser diesen diese diese diesen druck und diese panik auslösen was sie auch sehr gut hinkriegen und wie gesagt hier klappt das manchmal aber in den meisten fällen eher nicht das ist ja so ein aspekt vom vom survival horror das machen die ja immer sehr gerne so auf enge räume viele gegner und jetzt hier rein ich kenne das original kaum aber ich fand hier auch die gegner etwas unnötig in der menge das ist auch mehr oder weniger immer der gleiche kam das nimmt so auch ein bisschen den gegnern so ein bisschen die besonderheit das ist auch immer der Hey, Town-Kai. Und hey, ohne Sieler. Gerade bei klassischen Resis sind die Gegner Teil des Gameplays. Überlegen, welchen legt man um, wo spart man lieber, ist ja hier. Hier legst du in der Regel jeden um, gibt keinen Mehrwert. Du musst ja auch nicht wirklich irgendwie aufpassen, dass du jetzt keine Munition mehr hast oder so. Man kriegt eigentlich immer genug. In Resis 4 Remake hast du halt auch ein mega tolles Combat. Hier machst du eigentlich fast alles mit dem Stahlrohr, ein bisschen was mit der Schrotflitte. Das wird halt mega eintönig, da fehlt die Balance. Man muss auch sagen, natürlich, das Original war jetzt natürlich auch keine Gameplay-Kanone. Aber dadurch, dass es halt alles nicht so viel war, wie hier, ist es dann halt nicht so krass aufgefallen. Dass es eigentlich viel zu wenig Gegner sind und dass das Kämpfen eigentlich repetitiv ist. Das ist gar nicht so krass aufgefallen, weil ja, es gab halt nicht so viele Gegner. Geht's weiter? Bei OG hatte man dafür schneller Lore, in die man sich einfüllen konnte. Ich meine, es ist immer noch ein gutes Game, das ist hier gerade Meckern auf hohem Niveau, sagt man glaube ich. Es ist immer noch ein gutes Game. So ist das nicht, ne? Auf jeden Fall besser als erwartet, ja. Das auf jeden Fall. Ah! Aha! Hallo, nimm doch die Stöhne raus. Ich renne weiter. Ich renne weiter. Ich weiß gar nicht, was kam im O.G. nach dem Krankenhaus? Kam da das Museum? Oder nicht Museum, Bier? Äh. Dieses Gebäude mit der Uhr im Eingang. Das Hotel. Kommt das Hotel als nächstes? Das Hotel ist das Letzte. Ja, gibt's denn eigentlich nicht. Hey, die Gegner kommen jetzt. Die unten so dranhängen. Zeig mal. Und weg. Okay. Laura? Komm, speichern. Woher geht sie hin? Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte, dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay. Okay. Hat jemand schon irgendwie Speedtrance dazu geschaut oder so? Wie lang die sind? Wie lang die sind? Yo, ciao, Yugi. Maschloch. Sackkasse? Ach, hier. Ich seh gar nichts. Ich bin eins mit der Kamera. Okay, alle sind hier. Ich bin eins mit der Kamera. Ja, ich bin eins mit der Kamera. Ja, ey, das reicht doch jetzt. New Game Plus Runs sind sogar schon unter 2 Stunden. Oha. Startet man New Game Plus mit 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 schon mit allen waffen nope das ist ja crazy startest mit gar nichts du nimmst nichts mit und wieso macht man dann im new game plus den speedrun könnte man den gegnern eigentlich auch einfach ausweichen oder sind sie zu aggressiv ja du kannst ja ausweichen aber das ding ist da ich ja nicht weiß wo ich hin muss und teilweise du ja gezwungen wirst zerschlägen wie dich irgendwo durch zu zwängen oder irgendwelche boxen zu schieben auf die du klettern kannst die du ja nicht was du ja nicht machen kannst wenn alles voller gegner ist dann musst du die halt erst töten mehr oder minder dasselbe nur dass du halt dafür extra endings bekommst du das ganz am anfang eine ketten säge sammeln kannst hier waren wir aber im normalen silent hill wenn du mary wirklich sehen willst dann brauchst du nur zu sterben aber james du gelangst vielleicht an einen anderen ort als mary die hölle das ist die karte des mochi mit den markierungen bin ich sehr oft ein vorausgewichen ja das geht auch emoji da sind ja auch teilweise du wirst ja hier teilweise auch gezwungen zwischen wenn du irgendwie in einem raum reingehst du musst ja nach key items suchen und die räume sind ja teilweise so voll mit gegnern du kannst ja nicht umschauen wenn die du nicht tötest und dann musst du die immer töten um das item zu finden was du suchst mit der kann man auch easy trophy holen dass du keine schusswaffen benutzt ich habe über 20 stunden gebraucht fürs game lustigerweise trotzdem die trophy für unter 10 stunden durchspielen bekommen zeit reisende okay neue gegner ich sehe nicht mal irgendwo ist neue gegner ich habe keine ahnung wo er ist er konnte irgendwas schießen okay ich bin kein dem doch ich bin da gut das gameplay Boah, den hat es weggefetzt. Ah, hier. Klingelt es gerade? Ich dachte, ich habe gerade... Doch, es klingelt. Trailer-Gameplay. Wo kommst du denn jetzt her? Dass sie sich auch dadurch zwängen können. Alles gut, James, beruhig dich. Ich habe gerade ein Uwo-Stönen von sich gegeben. Kurz wie so ein Anime-Girl gestöhnt, Alter. Ja, ich komme. Ja. Der wahre Horror. Anime-Girls. Ja. 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 Wie stöhnt dein Bein, Ace? Ein Schlüssel? Nee, ein Zettel. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Die Wahrheit tut den Menschen selten gut. Das solltest du am besten wissen. Der Schlüssel ist im Park, am Fuß der betenden Frau. Der Schraubenschlüssel öffnet das Tor. Der Schlüssel öffnet den Abgrund. Komme ich einfach zum Park hin oder muss ich an einer Armee von Gegnern vorbei? Ah, Sale. Schussverkauf. Jetzt definitiv Schluss. Ja, da oben ist der Park. Das war, glaube ich, auch im OG so mit dem Schraubenschlüssel im Park. Klar, das war auch so ähnlich. So stelle ich mir Black Friday bei den Amis vor. Die Tür, die in der Schraubenschlüssel öffnet, öffnet sich in der Nacht. Ich habe Träume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Jo, da sieht es sick aus. Da sieht es sehr nice aus. Ich habe Schluchzen gehört. Und dann kommt das nächste große Gebiet. Äh, ich habe ein Schlüsselleiter, den wir mal sehen. Oder brauche ich da schon den Schraubenschlüssel? Verregeltes Tor. Ich glaube, da brauche ich den Schraubenschlüssel. Das sah aus wie ein Schraubi. Somebody mention the door of darkness. Darkness consumes you. Genesis 47 Ähm... War bei Groovy Music irgendwas noch drin, was ich übersehen habe? Ja, wir kennen das nicht Im Modegeschäft Im Schaufenster Neben den ganzen schönen Kleidern Eine Packung Patronen War ich hier nicht vorhin drin? In einem Laden? Groovy Music oder so? Oder auf der Seite? Na, da ist er So, das war der Einzige auf dem Weg Der offen war Aber hier war nichts Bier Wo habe ich denn was übersehen? Beim Automaten nicht ein Drink? Ich habe da draufgehauen Er hat nichts gemacht Ah, jetzt Glaubt, da ist noch was am Telefon gewesen? Ja, ich laufe gerade auch zurück Weil das nicht durchgestrichen ist Ja, tatsächlich Tatsächlich Er hat halt nur den Brief eingesammelt Der Trottel Und ich dachte, Schraubenschlüssel bekomme ich im Park So, jetzt The Door of Darkness Den Schlüssel bei der betenden Frau Und den Schraubenschlüssel oder so Hatte ich vorhin gelesen Komm, die Dinger jetzt wieder von unten Ich will sie jetzt in geiler Grafik sehen Da Die schreien Geile Viecher Aber Gegner respawnen in dem Game Nicht, oder? Doch Aber halt nicht Nicht einfach random, sondern Also nicht respawnen Sondern sie spawnen neu An manchen Stellen Wenn du irgendwie Wenn das Spiel von dir verlangt In ein bestimmtes Gebiet Zweimal abzulaufen Dann kann sein Dass es beim zweiten Mal Dort neue Gegner sind Weil du musst ja hier und da mal Backtracken, ne? Nice Bisschen durch den Park spazieren Ja, okay Reicht auch Genug spaziert So, wo ist die betende Frau? Ich hab die tolle Toilette auf jeden Fall gefunden Ah, Heilung Oh, geile Geile Medizin Im Abfluss, Alter Mega nice Äh, okay Ich bin richtig Schmeckt Angela Boah, Chad Das ist sie fett Wieso hat Blobber die so fett gemacht? Are you Are you feeling better? Are you for real? This place is different from what I remember I guess Things never really stay the same Aber Angela M. Park ist neu, oder? War Angela M. Park? Ich hab das Spiel vor einem Monat gespielt, schon vergessen Was für fett Es gab Leute, die haben sich beschwert Dass sie im Remake Hässlich und fett gemacht wurde Woke und so Was für mich ist She doesn't She doesn't She doesn't want to see me anymore Why would you think that? Anyway I'm happy to see you Happy to see me? No, I'm alive I mean Oh Yeah I better get going You Still Don't want me to go with you If we stick together We might just make it out of here Out of where? This town Silent Hill Sie sieht die Stadt wahrscheinlich anders als er, oder? No, it's fine Okay Oh, ah You didn't happen to see a little girl around here, did you? Vielleicht ist ihre Version von Silent Hill gar nicht so krass gefährlich A little girl? Yeah Angela? Are you okay? Angela? No Oder sie, sie sagt, sie will nicht gehen, weil Sie denkt, sie hat das verdient Hier zu sein Angela, it's okay No, don't touch me Du weißt eigentlich, wie hier rauszieht das Emoji Tu ich das? Das Feuer, oder was? Die Feuerszene Emoji Wusste gar nicht, dass das das darstellt Mein Patient hat ihn hier vergraben Ich wusste es, hab aber nichts unternommen Es hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe Ich habe das Ding gesehen Ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen Niemand traut sich in seiner Nähe Jetzt gebe ich den Schlüssel dir Wenn du immer noch weitermachen willst, James Dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist Schlüssel zum Geschichtsverein Es ist ihm aufgefallen, dass man bei Eddie immer seinen Atem sieht Aber keinen anderen Falls nicht Ach, dann nächstes Mal drauf Seine Welt ist komplett gefroren und kalt Angelas Welt brennt Die Welt von James ist verrostet Und dreckig Und schleimig Und Eddies Welt ist ein Kühlfach Er gibt auch Sinn Ja, ja Wir wissen, wo man ja kämpft Denkt sie auch, sie wurde doch beschuldigt Dass sie selber schuld ist Dass ihr das etwas touchy geworden ist Deswegen trägt sie auch keinen Rollkragen Und keine auffälligen Farben Bring Kam Eddie schon dran, ja Wir haben ihn schon zweimal gesehen Einmal hat er die Kotz-Szene Und einmal Die Pizza-Esszene Wo er aber nicht Pizza gegessen hatte Und nicht beim Bowling war Sondern im Kino saß Und Popcorn gefressen hatte Haben die geändert Wo ich immer noch nicht den Sinn dahinter verstanden habe Wieso Sie das ändern wollten? Also, inwiefern hat das jetzt Irgendwie die Geschichte geändert? Dass die anstatt in den Bowling-Bahnen Pizza fressend hinsetzen Lieber ins Kino Popcorn fressend hinsetzen Jo, gute Nacht, Kit Ciao, ciao Wir machen aber auch nicht mehr lange Wir hören gleich auch schon auf Ne, er hatte mit den Händen Eis gegessen Stimmt, er hat Eis gegessen Aus dem Becher Ja, ja, genau Nicht Popcorn, ja Ich hatte auch noch diesen Becher im Kopf gehabt Aber es war ja kein Popcorn Das war ja Eis Ich meine Theoretisch ist ja egal Ob er in der Bowling-Bahn sich voll frisst Oder ob er im Kino sich voll frisst Oder sonst wo voll frisst Aber generell Ich würde gerne die Entscheidung verstehen Wieso sie sich jetzt Also, wieso hatten sie nicht einfach 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 die Bowling-Bahn genommen Wieso haben die gesagt Hey, lass uns doch jetzt ein Kino nehmen Was war die Entscheidung? Also, was war der Gedanke dahinter? Zu sagen, lass jetzt Kino nehmen Geschichtsfein Da ist unser Kumpel Wahrscheinlich, um er mit Erwartungen zu spielen Der Sinn der Szene ist ja gleich geblieben Ich hätte lieber Bowling-Bahn gehabt Aber dann mit einem Minigame Dass man bowlen kann Vielleicht damit man auch Ein bisschen den Umweg hat Weil im Remake Muss man ja auch Mehr durch die Stadt laufen Ja, true, true Vielleicht wollen die einfach Dass man einfach woanders hinläuft Damit man mehr Zeit In der Stadt verbringt Das ist ja generell so Im Remake Haben die ja generell so gemacht Dass du mehr durch die Stadt rennst Als vorher Ja, ja